Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wille Hum, dem Podcast rund ums Fahrrad und jetzt richte ich das Mikrofon noch aus. Jetzt klinge ich auch hoffentlich ein bisschen besser. Guten Abend nach München. Hallo Thomas. Hallo Christian, schönen guten Abend nach Köln. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen guten Abend oder guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, Mahlzeit, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr das hört. Wie heißt das eine Wortnummer, dass ich mal vergesse? Zeitsouverän, genau. Zeitsouveränes Wort. Vorab, es ist jetzt etwas kompliziert, weil diese Folge nehmen wir heute beim Velo-Race, ist das ja vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weil morgen vielleicht irgendwas Wichtiges passiert und dann denkt ihr, wieso haben die das nicht gesagt? Nehmen wir heute am, was war eigentlich für den Tag 8. Ja, 8. 8.11. Dienstag 8.11. Also noch drei Tage bis die Session beginnt. Auf. Aber wir haben letzte Woche schon einen Velo-Snack aufgenommen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, das ist Folge 401 oder der Velo-Snack ist Folge 401. Aber da ich diese Folge zuerst veröffentlicht, ist wahrscheinlich das Folge 401. Hinterher hört ihr den Velo-Snack und dann sage ich auch, was war 401 und ihr denkt, jetzt ist er völlig drüber. Alles durcheinander. Das ist aber nur die Erklärung. Nach der langen Pause müssen wir erstmal ein bisschen reinkommen. Aber ja, war halt so. Irgendwie kam immer was dazwischen oder andere Sachen waren wichtiger und jetzt sind wir wohl ausgeruht. Ich zumindest. Du auch? Ja, also verschiedene Projekte muss man dazu sagen, die sowohl bei dir als auch bei mir da immer irgendwie eine Aufnahme in Regel vorgeschoben haben. Aber jetzt, wo so langsam die Saisonpause da ist, schaffen wir es auch wieder, uns mal wieder zu melden. Ja, genau. Saison ist zu Ende, Pause ist da, dann fangen wir an. So soll es ja eigentlich nicht sein, aber so ist es jetzt diesmal. Egal, egal. Aber uns geht's, also wir hatten ja, die Aufnahme haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal mindestens verschoben, ne? Also einmal gestern? Ja, genau. Ja, das stimmt. Mann, 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 Mann. Nun gar, aber jetzt bin ich auch wieder einigermaßen fit und genau, wir können uns unterhalten. Und unser Plan für die Sendung ist so leer wie selten, aber das ist doch in Ordnung. Weil es ist Pause und nicht viel passiert. Die Weltmeisterschaft war, haben wir uns über die Gravel-Weltmeisterschaft eigentlich unterhalten hier? Nein, haben wir noch nicht. Nur off the record, so zu sagen. Ja, aber da gibt's, da würde, glaube ich, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber ich hab da eine relativ klare Meinung. Ja, lass uns da vielleicht doch noch kurz drüber sprechen, also ist jetzt völlig unabgesprochen, weil ich hatte es ja auch schon vergessen. Oh, ich fiepe ein wenig. Weltmeisterschaft, vielleicht nur kurz, wie sie ausgegangen ist, aber das werden wahrscheinlich auch alle, die hier rein, die hier reinhören, schon wissen. Wie fahrtest du das Rennen insgesamt? So über Daumen halt? Es wurde als was, ich sag's mal so, es wurde als etwas verkauft, was es nicht war, nämlich eine Gravel-Weltmeisterschaft. Nee, ich meine jetzt die normale, Entschuldigung, ich meine die normale Weltmeisterschaft noch. Ach so. Ja, die hat mir, die war ja auch. Ja, die normale, also die reguläre Straßen-WM, liegt jetzt auch schon wieder einen Monat zurück. Also ich fand es, den Kurs fand ich sehr gut, sehr ausgewogen, ließ sowohl Sprintern als auch Bergfahrern oder Panschören die Chancen, um den Sieg zu fahren. Und es gab natürlich auch einige Diskussionspunkte, also worüber wir uns ja alle in unserem Podcast-internen Chat, sag ich jetzt mal, so ein bisschen echauffiert haben, war das Damenrennen, das konnten wir alle eigentlich nicht glauben, dass da ausgerechnet die Fahrerin, auf die eigentlich alle gucken müssten, einen Kilometer vom Ziel angreift und keiner reagiert. Ja, also das, sagen wir mal so, es war nicht so, dass man sagen würde, dass es da taktisch sehr viel, also keine Glanzleistung von keinem, das ist glaube ich so das Fazit, was man da ziehen sollte. Und insbesondere, wie hieß die deutsche Fahrerin nochmal, den Namen ich jetzt vergessen habe? Liane Lippert. Genau, das war für mich im Rennen die stärkste Fahrerin, war durch, ja, also finde ich, taktische Konstellationen, die da im Finale gespielt wurden, ein bisschen im Hintertreffen und hätte mindestens eine Medaille verdient. Ja, aber das ist Radsport, es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt, außer man ist Remke Evinepoel und fährt bei den Herren mit, da läuft es so, wie man es sich vorstellt, denn der hat dann die Weltmeisterschaft abgeschossen. Und, was soll man sagen, also. Ja, es war also absolut verdienter Sieg und ich fand das Rennen, also es wurde ja ein bisschen taktisch anders angegangen, als man das klassisch gewohnt ist von so einer Weltmeisterschaft, dass da Frankreich schon weit, weit vorm Ziel die Initiative ergriffen hat und alles auseinandergezogen hat. Fand ich nicht so erfrischend, wie das gefahren wurde, aber dann, ja, bei dieser Attacke von Remke Evinepoel, da war es dann auch wirklich so, ja, dass am Ende der stärkste gewonnen hat. Gut, kann man sich fragen, waren da vielleicht ein, zwei Fahrer schlecht positioniert in dem Moment und hätten vielleicht mitfahren können, aber ich glaube auch so wäre es schwer geworden, Remke Evinepoel da zu schlagen. Ja, er war definitiv der stärkste an dem Tag und ich finde es ja auch immer schön, wenn er stärkste an dem Tag gewonnen hat. Es muss ja nicht der beste Fahrer der Saison gewinnen, aber für diesen Kurs, auf diesem Kurs war er einfach der stärkste und deswegen geht das völlig in Ordnung. Gravel-WM Es hat ein sehr geschätzter Kollege von mir, wie ich finde, die ganze Geschichte in einem Satz zusammengefasst. Man hat versucht, mit den taktischen Mitteln eines Straßenrennens ein Gravelrennen zu gewinnen und das geht nicht. Ja, also ich habe es ja gerade schon sagen wollen, also es wurde als was verkauft, was es nicht war, nämlich eine Gravel-Weltmeisterschaft und es war einfach, ja, ein Rennen mit Straßenfahrern und Straßenrädern, also vielen Straßenfahrern und umgebauten Straßenrädern auf ein bisschen Gelände, würde ich so sagen. Also es war auf keinen Fall die Charakteristik, sonst Gravelrennen, wie wir es aus den USA beispielsweise kennen. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, weil ich bin ja jetzt auch schon bei ein paar dieser sogenannten Gravelrennen-Veranstaltungen oder sonst was mitgefahren und ich glaube, dieser Begriff Gravelrennen ist vielleicht auch noch so diffus, dass man das vielleicht auch noch gar nicht sagen kann. Also ich glaube, dass das alles so ein bisschen auch gerne gesehen wurde von der Industrie, da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Das ist so, dass da manche Fahrer, also ich stand eine Woche vorher noch mit einem der Herren, die da auch in der ersten Linie, in der ersten Reihe vom Team Movies da zumindest für Spanien in der Reihe am Start standen, stand ich auch noch selber in einer Startreihe. Ja, ich bin bei dir, das war schon von der Streckenführung her sehr leicht oder sehr wenig technisch anspruchsvoll und da hätten wir beide jetzt auch ohne Probleme diese Strecke fahren können. Während ich bei mancher Gravel-Veranstaltung gefahren bin, wo ich dann auch bei Abfahrten oder so etwas aus guten Gründen, weil mir meine Gesundheit mittlerweile ja dann noch ein bisschen was bedeutet, wenn man Kinder hat und vielleicht dann sie am nächsten Tag in die Schule bringen möchte, dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird. Aber andererseits diese Gravel-Veranstaltung, die man aus den USA kennt, wo es halt 300 Kilometer über wirklich den Schotterweg geht, dafür aber auch nicht technisch so anspruchsvoll, das ist halt eher dann diese Ausdauer-Geschichte, also wenig technisch, nur über die sehr lange Ausdauer und hier jetzt so Geschichten wie Dirty Board zum Beispiel, wo ich 25 Flussesquerungen gefühlt hatte und Trails abgefahren bin beim Grand Duro, ist dann auch wieder ganz was anderes. Vielleicht muss man dem Ganzen auch noch eine längere Chance geben und sagen, okay, das muss ich noch finden, da muss man auch noch gucken, welche Straßen, und warum nicht auch bei einer WM, also einer Straßen-WM fährt man ja auch unterschiedliche Kurse. In einem Jahr gibt es dann eher so den Kurs für den Sprinter, im nächsten Jahr gibt es dann vielleicht so eher den Kurs für den Kletterer und so, vielleicht muss es das da auch geben, weil dieser Sport so facettenreich ist. Das Ding ist einfach, wie ich finde, man hat halt die zwei, ich weiß gar nicht mehr, waren die, helfen wir noch auf die Sprünge, meh, 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 ah, der Gewinner. Johnny Vermeersch und Daniel Oss waren die beiden, die weggefahren sind. Aber was ja so faszinierend ist, man hat, also ich zumindest nicht, bis heute nicht diese entscheidende Attacke irgendwo auf einem TV-Bild gesehen von Vermeersch, wer der Oss hat stehen lassen, scheinbar irgendwie, ja, zehn Kilometer vom Ziel, weil die Übertragung bei dem Rennen war ein riesiges Problem. Und für mich, ja, eine Katastrophe, muss ich sagen, weil man hat da immer nur so segmenthaft irgendwas gesehen, wenn die Fahrer mal irgendwo auf einem Straßenstück waren. Also die hatten scheinbar riesige Probleme da im Gelände zu filmen, was ja auch verständlich ist, weil das ist ja auch ein völlig neues Feld, eine Produktion von so einem Gravel-Event in live, also in Echtzeit. Das ist, ja, also es gab, gibt es ja so eigentlich auch noch nicht und da muss man sich auch erst mal mit zurechtfinden. Und es war vielleicht auch so ein Aspekt, den die Veranstalter damit haben einfließen lassen, dass die gar nicht so viele Gravel-Elemente wollten, weil die schon wussten, okay, das wird mit der TV-Übertragung werden. Absolut, genau. Also ich fand das auch alleine schon vor dem Hintergrund der Berichterstattung oder wie das gezeigt wird, fand ich das ja schon alles interessant. Oder war es für jemanden wie für uns, die sich ja solche Sachen durchaus schon länger angucken, war das eine interessante Geschichte. Und ja, genauso wie die Medienberichterstattung oder wie die Videoaufnahmen, das Gefilmte, Gezeigte schwierig waren oder ungewohnt, ich würde es vielleicht eher ungewohnt sagen. Genauso hatte ich auch den Eindruck, dass dann mancher von den Profifahrern oder von denen, die man jetzt auf der Straße ja als Profi sieht, auch taktisch da einfach nicht so richtig zu Rande kamen. Weil du kannst einfach nicht auf diesen kleinen, engen Straßen, wenn da zwei Leute sind, die gut zusammenspannen und die vorne arbeiten und dann mal einen Vorsprung rausgefahren sind, ich weiß nicht, das waren ja zweieinhalb, drei, vier, fünf Minuten teilweise. Die kriegst du einfach nicht mit so einem breiten Feld, wo viele sich in kurzen Ablösungen dann miteinander abwechseln. Die kriegst du einfach nicht mehr so einfach eingefangen. Es kam ja noch dazu, dass es vielleicht ein oder zwei Teams, die Italiener vielleicht überhaupt nur gegeben haben, die als Team zusammengearbeitet haben. Ansonsten waren ja alle irgendwie als Einzelstarter unterwegs und haben ihre persönlichen Interessen da wahrgenommen. Das kam ja noch ersperrend dazu für so ein Verfolgerfeld. Ja, aber ich fand es eine interessante Geschichte. Ich bin gespannt. Also ich glaube, das wird, meinst du, das wird, also es wird ja mit Sicherheit wiederholt. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht die, das wäre jetzt die zweite Ausgabe, wenn ich das richtig. Nee, es war die erste, also die erste offizielle UCI-Gravel-WM und wenn ich es richtig weiß, ist sie im nächsten Jahr nochmal genau da. Also da wird man sehen, ob sie sich dann einen anderen Kurs zusammenbauen. Aber ja, zwei Sachen dazu vielleicht, nachdem wir so hängen geblieben sind. Zum einen war das natürlich total hanebüchen, wieder die Startplätze vergeben wurden. Also dass da plötzlich alle möglichen Straßenfahrer am Start waren und die dann auch noch ganz vorne in die Startaufstellung reingetan wurden. Das war natürlich gegenüber denjenigen, die sich über Gravel-Events oder sonst irgendwie was, gut, da kann man auch über die Qualifikationskriterien für die Gravel-WM streiten, dass die dann da vorne standen, das war gegenüber den Gravel-Fahrern natürlich, fand ich einfach ungerecht. Auf der anderen Seite muss man, also ist meine Meinung, würde auch bei einem Gravel-Rennen ein Straßenfahrer vorne sein, auch wenn er auf dem Gravel-Rad fahren würde, weil es sind einfach die besseren Athleten. Also da lasse ich auch nichts drauf kommen, dass auch der Gravel-Sport an sich, der muss sich ja erstmal finden, also definieren, der muss erstmal Stars entwickeln und da im Prinzip vom Straßenradsport profitieren muss, dass da Leute aus dem Straßenradsport rüber gehen und ja, diese Szene halt groß machen, weil so eigene Stars da rauszubilden, finde ich schwierig, weil ja, es kommt ja nicht von ungefähr meiner Meinung nach. Dass die Leute, die bei diesen ganzen Gravel-Events vorne mitfahren, also Nathan Haas beispielsweise, die sind ja, also die würden ja sonst noch in der World Tour irgendwo rumfahren, also kann mir ja keiner erzählen, dass Nathan Haas ein besserer Athlet vom Talent, von den Ausdauerfähigkeiten ist als Mathieu van der Poel. Ja, ich glaube einfach, dass für manche Geschichten, die Übergänge sind da ja auch fließend, also wo hört so ein Gravel-Event auf und wie lang geht das, ist ein Transcontinental-Race mit viereinhalbtausend Kilometern im Selbstversorgermodus, ist das noch ein Gravel-Event? Da hat man jetzt die andere Seite, da ist so ein Strasser, der jetzt das Race Across America mehrfach gewonnen hat, wo man auch sagen würde, ey, Ultra-Distance-Racer durch und durch, mehr geht ja nicht. Der dann mal mit Transcontinental-Racer, ich weiß gar nicht, dritter, vierter, zweiter, irgendwas gewonnen hat, aber nicht gewonnen hat und man eigentlich auch denkt, boah krass, also der ist doch so ein Athlet durch und durch und gewinnt das nicht, komisch. Aber wo dann halt auch noch andere Fähigkeiten mit rein spielen müssen. Und ich glaube auch, bei so einem 300 Meilen über Schotterstraßen, ob da dann eine normale Straßenracer von heute, also ob da so ein Mathieu van der Poel wahrscheinlich auch weit vorne landen würde, aber ob es da nicht noch andere Eigenschaften gibt, die man mitbringen muss. Nee klar, also da spielt mit Sicherheit auch rein, wie gut bin ich mit der Fahrtechnik, wie gut bin ich mit dem Material, kann ich eventuell auch mich mal selbst depanieren. Das kommt natürlich alles dazu, aber rein von der athletischen Fähigkeit her sind einfach die Straßenfahrer, die vorne sind in den Straßenrennen, einfach vom athletischen Talent her mehr gesegnet als die Leute, die da vorne rumtouren im Gravel-Zirkus, ist meine Meinung. Ja, 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 also zumindestens für das, was sie auf der Straße dann auch machen müssen, das muss man, also in dem Bereich auf jeden Fall, wie das dann bei einem 300 Kilometer Schotterrennen aussieht, wie die Erschütterungen vertragen und so, das steht jetzt, finde ich nochmal, das muss man dann vielleicht mal bewerten, wenn es mal sowas gab, dass die von der Athletik her grundsätzlich die trainierteren, austrainierteren sind, keine Frage. Also da würde ich auch kanzlerweise widersprechen wollen. Fände ich aber mal interessant, wenn das mal so auf der Straße ausgetragen wird, wie man so schön sagt, also wenn das da mal passiert. Ja, aber insgesamt finde ich, also diese Veranstaltung war halt relativ ausgegoren. Ich muss sagen, ich habe mich riesig darauf gefreut und war hinterher doch ziemlich ernüchtert von der ganzen Sache. Ja, man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass das sehr von der Industrie gepusht wird, dass die Räder auch wirklich dann, das von vielen Fahrern sehr gerne, also es wurde von vielen Radbrands sehr gerne gesehen, dass da die neuen Räder. Ja, aber es war ja auch interessant, dass bei den Herren Johnny Vermeersch mit einem modifizierten Straßenrad gewonnen hat und aber bei den Damen Pony Ferro Prevot mit einem Gravelrad gewonnen hat. Ja, wobei da auch, finde ich immer, die Übergänge sind mittlerweile so fließend von allem. Also ich habe ja, ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit das Glück mal oder die Möglichkeit von einem Hersteller, der auch dort, glaube ich, einigermaßen prominent vertreten war bei der Veranstaltung, sogenannte Gravelräder nebeneinander oder nacheinander, nicht nebeneinander zu fahren. Einmal so All-in-Technik, was es überhaupt gibt im Sinne von Dämpfung vorne an der Gabel, Dämpfung hinten und dann im Gegensatz dazu ein relativ nah am Rennrad sich bewegendes Gravelrad. Da merkt man schon dann auch die extremen Unterschiede, aber es ist für mich immer noch ein sehr, sehr fließender Übergang, wenn ich jetzt in mein normales Rennrad einfach auch 45 Millimeter Reifen reinpacken würde und keine Dämpfung. Also ich finde, diese Übergänge sind fließend. Für mich ist alles, was mir jetzt… Ja und die Bandbreite bei Gravelbikes ist ja auch riesig. Also es geht ja vom Adventure und Bikepacking Gravelbike über Allroad, ja theoretisch Cyclocrossräder gehören ja auch dazu, dann bis zum Race Gravelbike. Also das ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Und das macht es interessant, wie ich finde, auch unter dem technischen Aspekt. Also wenn man sich über die Technik der Räder interessiert und sich das anschauen kann. Aber ich glaube, gerade im Rennbetrieb muss sich das Ganze noch so ein bisschen angeschaut werden. Und je länger ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe, umso mehr kam ich auch zum Schluss, dass man das vielleicht wirklich so ein bisschen aussplitten muss. Also dass das jetzt vielleicht auch mal so die, wie sagt man, die Blaupause für etwas ist. Also nach dem Motto, das war der erste Versuch und daran orientieren wir uns jetzt die nächsten Male und können dann von da aus in eine andere Richtung gehen. Warum nicht, also etwas schon, also man muss ja nicht das komplette Rennen ändern. Also ich bin ja mal bei einer Gravelveranstaltung gefahren, da wurde das im sogenannten, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, so im Cross-Country-Style gefahren. Das heißt, du warst irgendwie 100 Kilometer und davon wurden eigentlich nur rund, ich weiß nicht, 8, 9, 10 Kilometer gezeitet und der Rest ist einfach so rumgegondelt. Aber jetzt so, wie man es da hat, ich glaube, da kann man sehr viel mit den unterschiedlichen Terrans spielen und mit den Untergründen, Länge der Strecke, Schwierigkeit der Strecke und, 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 und. Also da ist die Messe noch nicht gelesen, um wirklich tief in die Floskelkiste, Floskelkiste. Wo liegt da so, also, wie soll man sagen, im sportlichen Wettkampf, klar, der, der Spirit of Gravel, wie man immer sagt, der ist eindeutig definiert, aber wo liegt im sportlichen Wettkampfbereich die Zukunft des Gravel-Sports, weil man sieht es ja jetzt auch im Straßenradsport, es gibt immer mehr Rennen, wo auch solche Gravel-Elemente eingebaut werden und da fragt man sich schon dann als Laie, wenn ich da vorstehe, okay, das ist jetzt zwar Straßenradsport, die fahren aber auch im Gelände. Wozu gibt es dann noch den Geländeradsport, also Gravel-Rennen? Und muss es überhaupt einen kompetitiven Aspekt von Gravel-Veranstaltungen geben? Also, warum? Ja, also die Interessenten dahinter sind ganz klar der Weltverband und die Hersteller. Ja, genau, aber gibt es, also, ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich bin zum schlechten Namen Wilcox, Frau Wilcox, eine Dame, da komme ich auf den Vornamen, die jetzt vor ein paar Tagen noch groß freudig verkündet hat, was ich super für sie auch finde, so drei große Rennen in den USA fahren zu können. Also, das sind alles Sachen, da wird jetzt kein Fanart am Start stehen, weil das halt ewig lange Dinger sind und so weiter. Da ist das nicht eher das, was ich jetzt als Gravel-Rennen sehen möchte und sehen würde. Und brauche ich dann vielleicht auch gar nicht die, also, das war ja auch so ein bisschen meine These dann im Nachgang zwischen uns drei da so in so einem berühmten Chat, brauche ich überhaupt diese Berichterstattung in Echtzeit über das Rennen? Also, was dann irgendwie so, heute Morgen, zwölf Uhr ist Start, 17 Uhr, sondern interessiert mich dann viel mehr so eine 20-, 30-minütige Doku hinterher, von wo ein Fahrer, wo zwei Fahrer, wo drei Fahrer begleitet werden bei so einer Veranstaltung, hinterher, vorher, währenddessen und ich das drumherum so ein bisschen mitbekomme. Da gibt es ja wirklich fantastische Geschichten, die man sich anschauen kann. Und ist das nicht eher das, also fesselt mich das da nicht eher als nur dieses nackte Sportereignis, sondern das drumherum und alles, was da so mit drinsteckt? Sehe ich mich im Moment eher, sowas nochmal anzuschauen, als jetzt nur so ein Rennen, wo du, wie du es hinterher wunderschön gesagt hast, oder eben gesagt hast nochmal, wo ich die Attacke gar nicht mitbekomme. Ja, also die Telegenität war dann nicht so toll, also vielleicht gibt es da in Zukunft andere Möglichkeiten, wenn so, also Übertragungen mit Drohnen mal ausgereift sind, aber generell, also mit Motorrädern wird es halt schwierig, das zu verfolgen. Ja, also hatte ich dir mal geschickt, ich hatte ja so ein paar Videos geschickt, wo ich gesagt habe, hey, so stelle ich mir dann eher vor uns, sei es nur das wohl berühmteste Video in der Hinsicht, weiß ich nicht, oder ob es das berühmteste ist, aber wahrscheinlich das meistgeklickteste von dieser Alt-Tour vom Lacan Morton, wo ja auch ein halbstündiger Film, wo drei Wochen in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde zusammengefasst sind, aber das, also ich wette mit dir, dieses Video wurde mindestens zehnfach mal so oft geschaut, wie die Gravel werden. Und ist das dann nicht für die Firmen auch eher so ein, wo man sagt, okay, das, ja, da können wir unsere Sachen auch promoten. Aber interessant, sehr interessant, wie ich finde, sehr spannend, aber wir kriegen es jetzt hier nicht gelöst, glaube ich. Nee, aber man könnte darüber eher so Bücher schreiben. Ja, aber da haben wir keine Zeit für. Dann kann sich jemand das Themas bitte annehmen, das wäre ganz super. Dann können wir das Buch lesen, wo wir sonst ja auch kaum Bücher lesen, also naja, egal. Aber apropos lesen, man liest ja schon das ein oder andere über die kommende Saison und da vor allen Dingen dann natürlich über die Grand-Touren, die vorgestellt wurden. Und da wir aktuelle Rennen jetzt kaum haben, das Thema Gravel jetzt auch wieder in den Schrank packen bis zur nächsten WM oder bis zur nächsten Veranstaltung, wo wir rumgucken. Hättest du auch mal Bock auf so eine Veranstaltung eigentlich, wenn ich dir jetzt sagen würde, ey, pass mal auf, ich stelle dir hier ein Rad hin, das kannst du vielleicht nochmal einen Tag vorher nochmal fahren, um dich ein bisschen dran zu gewöhnen. Hättest du da Bock drauf, so jetzt unbedarft? Absolut, und müsste halt die Gelegenheit dazu geben und die Zeit. Ja, 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 natürlich, also klar, das sind ja immer die Grundvoraussetzungen, ne. Aber wenn ich dir jetzt hier so ein, in meinem Flugberg befindet sich ja leider nur ein Gravelrad, aber wenn ich dir so ein Rad besorgen würde, würde ich sagen, hier, pass mal auf, keine Ahnung, nächstes Jahr. Dirty Ball ist so eine schöne Eingangsveranstaltung, wo man sich richtig kaputt fahren kann. Hast du Bock? Ja, mal gucken, mal gucken, was sich das ergibt, was der auch aus dem Hut zaubern kann vielleicht. Muss doch machbar sein. Ja, aber kehren wir zurück zum sauberen Straßensport und im ersten Schritt wurde veröffentlicht, die wichtigsten Rennen, über die wir wohl sprechen müssen, wollen können, die Strecke des Tiro d'Italia. Ja, ich habe sie einmal überflogen und habe mir einen Artikel darüber durchgelesen und jetzt möchte ich mit dir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich sehe gerade, Strade Bianchi ist im 4.3., das ist ja auch schon gar nicht mehr so weit. Ja, die Route fängt, Route 23, machen wir es jetzt mal richtig auf, fängt an mit einem Einzelzeitfahren in Costa del Trabaki. Ist mir jetzt als Ort so noch nicht bekannt. Wo finde ich das genau? Ja, es ist im Prinzip in der Region Abruzzen, aber dann an der Küste. Also es ist ein ganz flaches Zeitfahren zunächst, 18,4 Kilometer. Zum Schluss geht es einen Kilometer dann noch bergauf, aber man muss dazu ja auch sagen, es ist eines von drei Zeitfahren beim Giro. Also da kommen schon so die Zeitfahrer auf ihre Kosten. Das zweite ist dann 34 Kilometer fast lang und das dritte ist halt ein Bergzeitfahren. Aber gut, ja, dieser Auftakt, es wird schon für einige Abstände sorgen, glaube ich, und schön zum Reinkommen. Ich finde leider Gottes, Bild im neuen Tepf, vielleicht kann ich das da besser sehen. Ich finde so kein A hier, ich glaube, jetzt kann ich es groß machen, dann sieht man es besser. Ja, jetzt habe ich eine schöne Übersicht. Gut, also man startet quasi am Fuß unten. Wenn ich es richtig sehe, verlässt man auch Italien kaum. Also man fliegt sogar einmal, dann gibt es einen Transfer. Ja, sie sind in der Schweiz und ich glaube auch die Grenze zu Slowenien, wenn ich nicht irre, wird auch einmal überquert. Ja, aber dann dabei Tarvisio wahrscheinlich dann an der Stelle. Aber nur kurz, aber ansonsten jetzt im Vergleich zu dem, ja insbesondere vergangenen Jahr, wo ja viel im Ausland gestartet wurde und noch weiter weg, hält sich das diesmal in Grenzen. Finde ich auch als, vielleicht ist es auch im Sinne der Nachhaltigkeit gar nicht so schlecht. Ja, dann geht es weiter, dann fährt man weiter unten in eine flache Etappe, Teramo nach San Salvo. Also ich weiß nicht, sollen wir jetzt jede Etappe durchgehen oder möchtest du so ein paar Highlights rausgreifen? Also grob mal anreißen, also auch so in der ersten Woche, also du sagst schon, diese zweite Etappe ist so eine schöne Möglichkeit für die Sprinter, aber wo man eigentlich auf dem Papier so denkt, also auf der Giro-Seite ist das, finde ich, ganz gut gemacht. Da sind diese Etappen alle mit Sternen von 1 bis 5 nach Schwierigkeitsgrad bewertet. Da sieht man schon so diese Etappen 3 und 4, die haben dann schon drei Sterne, also okay, da könnte dann vielleicht noch was für einen Sprint gehen, aber halt immer aus einer reduzierten Gruppe, beziehungsweise dann Etappe 4 ist natürlich schon, ja, so eine Bergbahnkunft im Prinzip, Lago Laceno. Das ist schon, ja, zum Schluss geht es da sechs Kilometer rund bergauf und dann noch eine kleine Abfahrt. Und das ist schon so, ja, erster Prüfstein und aber die erste richtig dicke Berggetappe ist dann Nummer 7. Da geht es zum Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore. Das klingt, also es gibt selten etwas gehört, was so italienisch klingt, die Grande di Imperatore. Ja, also das kennt man schon aus der Vergangenheit, das Giros ist richtig schwer da hoch, also da hat 2018 war das, meine ich, Thibaut Pinot mal die Etappe gewonnen. Ja, geht bis auf 2100 Metern Höhe hoch. Das ist schon so das erste richtige Highlight der Strecke. Das findet dann, vielleicht um das zeitlich ein bisschen einzuordnen, das finde ich dann am Freitag der ersten Woche statt. Und eine Woche, die jetzt jetzt durchaus in sich hat, also mehrere 200 Kilometer Etappen, also der Sonntag, der Montag 200, am Dienstag auch schon fast 100, bisschen raus sticht. Also ich hatte mich so ein bisschen, das war so mein erster Eindruck, immer sehr lang, also im Schnitt sehr lange Etappen. Ja, also es gibt, gut, du hast schon recht, also es gibt davor eine Etappe mit 156 Kilometern, eine mit 172, aber im Verhältnis natürlich zu Tour und manchmal weiter, ist der Giro doch dann noch sehr reserviert und traditionell, was die Etappenlängen angeht. Ich glaube, ich weiß noch, in meiner Statistikvorlesung war ich sehr selten, aber diese Varianz, also wenn du jetzt die kürzesten drei rausnimmst, die längsten drei, wenn du dann den Mittelwert von dem Rest nimmst, dann ist das schon ein relativ hoher Schnitt im Vergleich zu den anderen. Irgendwie so, das war wahrscheinlich keine Varianz, aber irgendjemand mit Statistikwissen kann nämlich gerne korrigieren, beziehungsweise richtig ergänzen, aber schon recht lang. Ja, und dann kommt an dem Sonntag dann auch direkt, also vor dem ersten Zeitfahren, an die erst kommt noch die Samstagsetappe, die, wie ich finde, also schwer hier angezeigt wird, aber würde ich jetzt nicht unbedingt bestätigen, oder? Ja, doch, geht im Finale richtig rauf und runter, also es ist schwierig zu sagen, was da so für eine Ankunft sein wird, also kommt da eine kleine Gruppe an, kommt ein Ausreißer durch, kommt ein reduziertes Feld durch oder vielleicht sogar, ja, ein Überraschungsangriff von einem Favoriten. Und dann, ja, wie du schon sagen wolltest, das zweite Zeitfahren, dann am Sonntag, dem 14. Mai, ist, ja, das ist noch flacher als das erste Zeitfahren, 33,6 Kilometer zwischen Savignano, Solorubicone und Cesena. Und wer den Fluss dann übertritten hat, dann geht's ab. Ja, also da wird's mit Sicherheit darum gehen, für einen guten Zeitfahrer, also man bootmaßt ja schon die ganze Zeit, dass jetzt Remco Evenepol sich den Giro d'Italia statt der Tour de France aufgrund der vielen Zeitfahrkilometer aussuchen wird, für Sonnenfahrer wird's dann darum gehen, noch Vorsprung auszubauen, für den Rest des Giros einfach. Warte, jetzt hab ich mich, ich hab mir alle Profile aufgemacht und jetzt hab ich mich komplett verklickt, genau, das ist das, die Etappe am Sonntag, 14. Dann Montag wieder 30, der Ruhetag, Dienstag find ich eine sehr interessante Etappe, also wenn man sie so halbieren würde, würde man sagen, ich fände sie lustig, wenn man sie, man könnte sie auch genau, weißt du, die ersten 50 Prozent als zweiten 50 Prozent fahren, dann wär's eine super Bergetappe vielleicht. Aber so rum ist es einfach, dass man, ja, rund 80 Kilometer bergauf fährt, so leicht wellenförmig und dann relativ schnell bergab und dann dachte man sich, ach komm, wir machen heute doch eine Sprintetappe. Oder, also ganz kur, schon lange nicht mehr gesehen, so ein Profil. Ich find solche Etappen immer interessanter, so war jetzt bei der Vuelta auch die, äh, drittletzte Etappe war's, mein ich, äh, 2022, die Mats Pedersen da gewonnen hat, wo man auch vom Vorfeld gesagt hat, okay, das könnte auch eine Etappe für einen Klass-Mohr-Fahrer sein, aber am Ende hat's dann doch ein Sprinter-Team tatsächlich geschafft, das Feld zusammenzuhalten. Jaja, das sind so Etappen, da, 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 keine Ahnung, äh, wahrscheinlich gute Wettquote, weil alles Mögliche passieren kann. Ähm, sehr, sehr ungewiss, also interessante Etappe auf jeden Fall, das ist dann am, äh, 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 Dienstag. Genau, und was man sich dann wirklich dick angreifen sollte, ist dann die Etappe am 19.05., also am Freitag, nach Grand-Montana, also da geht's, wie ich schon gesagt habe, in die Schweiz rüber. Ja, gut, die, also, wenn man rein den Schlussanstieg betrachtet, nach Grand-Montana, da ist jetzt vielleicht nicht so schwer, aber diese Etappe ist vorher einfach, ja, sehr, sehr schwierig, also so geht's über den, äh, Col du Grand-Saint-Bernard, also den großen St. Bernhard-Pass, 2469 Metern Höhe, das meine ich auch, das, äh, Dach des Chirus, Chimacopi, und dann noch dieser Croix de Coeur ist auch richtig schwierig, und, ja, am Ende der Etappe rechne ich da doch schon mit ordentlich Abständen, also es ist für mich persönlich, auch wenn die Etappe hier fünf Sterne hat, noch nicht die Königsetappe, die kommt später noch. Okay, ja, also Freitag auf jeden Fall, äh, äh, dickfett notieren, ich hoffe, muss mal gucken, bei mir ist es ja bei der Arbeit so, dass ich gerne, wenn ich Samstags arbeite, den Freitag davor frei hab, würde sich anbieten, weil der Samstag nämlich darauf folgend ist auch sehr komisch, also kann man sich die ersten 55 Kilometer angucken, weil dann gibt's auch ein, ja, eine, äh, äh, amtliche, amtliche Anstieg, um dann von dort wieder runterzufahren und dann nochmal, äh, die ganze Geschichte irgendwie 80 Kilometer, äh, 90 Kilometer ausklingen zu lassen, sozusagen, nochmal ein bisschen, ähm, ja, die Beine schon wieder hochnehmen kann, auch komisch. Hm, ich denke, da haben die Sprinter ganz gute Karten, also nach dem, äh, nach dieser schönen Bergankunft werden alles ein bisschen müde sein und da können sie vielleicht ein bisschen darauf spekulieren, dass da nicht so viele Leute Lust haben, in die Ausreißergruppe zu gehen und sie diesen ersten Berg überstehen und dann ist es ja hinten raus eigentlich bretteben. Hm, aber dann, finde ich, hätte man es auch fair machen können und sie komplett flach fahren lassen, also. Hm, ja, aber ich weiß nicht, wie da jetzt die topografischen Gegebenheiten in der Gegend sind, vielleicht ging das nicht anders da, außer über den Berg rüber zu fahren. Ja. Also wenn du von der Schweiz nach Italien willst, ist ja, ja, tendenziell eher immer irgendwo bergig. Hm. Hm. Ja, wahrscheinlich lässt sich nicht vermeiden, hast du recht, dass man wenigstens einmal rüber musste. Dann geht's von Siregno nach Bergamo, auch eine Etappe, wo ich sage, muss nicht im Sprint enden, kann es aber auch, weil die drei Anstiege wirken auf mich jetzt nicht so unfassbar schwierig, auch wenn das Ganze jetzt mit vier Sternen gewertet ist. Ist eine Etappe, ich glaube, da kann man sagen, okay, Ruhetag am nächsten Tag, das führt ja oft dazu, dass Alarm gemacht wird. Andererseits jetzt nach vielleicht Ausreißer, ich glaube eher, das wird so eine Ausreißer-Etappe werden. Aber wie so oft, der alte Spruch stimmt ja, die Fahrer machen das Rennen. Wenn es jetzt da irgendwie spannend zwischen zwei, drei Teams ist und einer von den Favoriten einen schlechten Tag hat und die anderen merken es schon im ersten Anstieg, dann kann natürlich auch einer auf Krawall gefahren werden. Das ist so Klassikerprofil, finde ich. Also es geht so bis auf 1400 Meter und rund um Bergamo, die Gegend, da gab es ja auch schon oft Austragungen der Lombardeirundfahrt, die da zu Ende gegangen sind, was ich ein bisschen schade finde, dass sie nicht, wer das kennt, in der Hochstadt, also Bergamo Alta, also da in der Altstadt ankommen, das ist nämlich, war immer eine sehr schöne Ankunft beim Tiro d'Italia, wo sie durch diese Stadttore durchgefahren sind, was Kopfsteinpflaster ist. Aber im nächsten Jahr, die Ankunft leider nicht da. Und ja, also ich rechne damit, dass da vor dem Ruhetag auch in Sachen Klassement vielleicht mal einer was probiert noch. Okay, na, der ewige Optimist. Ruhetag, dann geht es in die letzte Woche. Und ich bin nicht ganz sicher, ob dann direkt schon die Königsetappe kommt, die 198 Kilometer nach Monte Bandone oder erst im späteren Zeitpunkt. Ich glaube fast, beide Etappen wären es wert, aber ich glaube, dass die 19. Etappe dann doch ist, was du dir als Königsetappe rausgesucht hast. Würde ich auch so sagen, also Monte Bandone kennt man vielleicht, wenn man in der Gegend um Trento im Urlaub ist. Das ist so der Hausberg von Trento aus, den man direkt hochfahren kann. Aber beim Ciro im nächsten Jahr ist die Anfahrt schon richtig, richtig schwer. Vorher mit 1, 2, 3, 4 Bergwertungen, glaube ich sogar. Und dann halt noch der schwere Anstieg Monte Bandone am Ende ist der Auftakt zu einer sehr, sehr schweren dritten Woche. Also da gibt es dann am nächsten Tag von Berti in der Wald zu Ghana nach Kaole nochmal eine Möglichkeit für die Sprinte. Also da. Ja, danke, die könnten wir rollen. Ich glaube, das ist die erste Etappe, wo ich sagen würde, da könnten wir beide, also du sicherlich, ich auch die ersten 20 Kilometer im Feld mitrollen. Du steigst dann in der dritten Woche einfach. Ja, ich steige in der dritten Woche. Genau. Also an dem Mittwoch, ich bilde mir ein, ich könnte es mal schaffen, die ersten 30, 40 Kilometer vielleicht in so einem Feld mitrollen zu können, ganz hinten. Wenn ich natürlich keinen technischen Defekt habe und nicht schon mit einem Hungerast am Start stehe. Das sind die Grundvoraussetzungen dazu natürlich. Oder dehydriert oder mir solche. Lapsi. Ist das der Plural von Lapsus? Laps. Wahrscheinlich schon, ne? Laps ist Lapsi. Du bist doch hier der Sprachtalent. Boah, das müsste ich auch bei der, irgendwo nachgucken. Ja, also ich bin relativ sicher, dass mir da kein Lapsus oder Lapsi laufen wird. Egal. Dann geht es an dem 18., also am Donnerstag, schon mit einer schwierigen Etappe weiter. Auch um Strecken. Am 25. Was habe ich gesagt? Weiß ich nicht. Die 18. Etappe am Donnerstag, 25. Ja, genau. 18. Etappe am 25. Ist so ein Ding, also ich bin, das sage ich gleich im Fazit, aber es ist so eine Etappe, auch wie ich finde, die Königsetappe am Freitag, die unheimlich viel Potenzial bieten für Krawall, für Lust, Laune und Schweinereien, aber wo man auch noch nicht so richtig, aber das auch wieder langweilig werden könnte, wenn irgendwie ein Fahrer schon wieder genug Vorsprung hat. Also das sind keine Etappe, ich finde das sind, ich springe jetzt mal, also das sind viele Etappen, denke ich mir, die haben sehr viel Potenzial, aber die haben kein Potenzial so sehr aus sich heraus, finde ich, wie es jetzt so eine Etappe zum Stilfzerjoch zum Beispiel hat, wo ich, auch wenn es langweilig ist, ich das immer noch als Spektakel erlebe, ja, auch wenn da nicht viel passiert. Weil einfach der Mythos noch mitspielt. Ja, genau, weil da irgendwie nochmal so das kleine, das kleine, kleine bisschen Salz in der Suppe drin ist. Und die Etappen sind viele, wo ich mir sagen könnte, da kann echt, also die Etappe am Freitag ohne Frage, also Anlauf, 80 Kilometer Anlauf, um dann im Zickzack-Sägezahn-Kurs nochmal ein paar tausend Höhenmeter zu machen, wer da nicht das Potenzial für Krawall sieht und sonst was, wo soll er es sonst sehen? Aber nicht aus sich heraus, aber da kann auch wirklich, das kann auch betrodeslangweilig werden. Meinst du jetzt die Etappe am Donnerstag oder am Freitag? Sowohl als auch, sowohl als auch, also ich glaube, die sind stellvertretend oder die sind sehr gut bezeichnend dafür, wie sich der ganze Giro für mich darstellt. Ja, also die Etappe am Donnerstag, würde ich sagen, gebe ich dir recht, da kann es auch sein, dass, ja, die Leute schon alle auf den Freitag blicken und lieber kräftisch fahren wollen, danach weil die Zoldo auf Etappe 18, aber Etappe 19 ist für mich die absolute Königsetappe, Dolomiten-Klassiker mit Campolongo, Valparola, Giao und 13 von Lavaredo und die Etappe hat, meine ich, fast 6000 Höhenmeter, also die ist alleine schon durch, einfach durch ihre Schwierigkeit und dadurch, dass sich auch sehr, sehr viel über 2000 Metern Höhe abspielt, extrem selektiv, also da wird es von alleine große Zeitabstände geben und ich bin gespannt, wie gesagt, wenn Remco Evinopol das Fahrmacht und da am Start steht, gibt es ja immer so ein bisschen die Spekulationen, dass er mit größeren Höhen Schwierigkeiten hat und da ist genau der Test, wo er es dann beweisen muss. Ja, also wie er da mit so einem Karapaz vielleicht fest mithalten kann, so mal einen Namen so völlig aus dem Hut rausgezaubert da hinzuwerfen, ja, Bernal wäre jetzt auch mal so ein Kandidat, den ich an so einem Tag gerne sehen würde, im fitten Zustand, wie auch immer das mit Ja, wenn er wieder zurück ist auf seinem alten Niveau, dann ist es eine Etappe wie auf seinen Leib geschneidert. Ja, und vielleicht hat man ja auch gesagt vom Giro, dann schneidern wir ihm was aufs Leib, dass er kommt und dass er hier sein Comeback geben kann, das wäre auch eine Geschichte, also solche Geschichten zu schreiben ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel von solchen Rundfahrten. Apropos Geschichte, hast du, Entschuldigung, ich schweife jetzt komplett ab, aber weil ich unten bei den Sponsoren bin, hast du das Bianchi-Rad gesehen? Das ist euer. Hast du das vorgestellt? Ja. Ja. Nein, dieses Aerodynamik, ich glaube, wir haben im Snack auch schon. Darauf gesprochen. Muss man auch mögen, ne? Das ist die Sein. Ja, aber Bianchi, da haben es ja nicht ohne Grund jetzt ein neues Rad rausgemacht, die steigen ja jetzt bei Arkea als Ausstatter ein. Ja. Ob sich da Quintana so richtig drüber freut, dass dieses Rad da so aussieht? Der wird ja nicht mehr da sein. Ach so, ja, da musst du mir nochmal die neuen Transfers erklären. Aber die mussten das jetzt auch, glaube ich, modifizieren, damit es überhaupt die UCI-Zulassung bekommt. Habe ich auch noch irgendwas gelesen, das muss ich auch nochmal vertiefen. Naja, egal, viel zu sehr abgeschwiffen. Genau, nach dieser Freitagsetappe mit über die drei Zinnen an den Trichime di Lavaredo. Genau, da war ich. Das ist doch auch die bestimmte Teile der berühmten Salaronda, oder? Ähm, ne, die geht ja, also meines Bissens nach geht die ja nicht, also zu den drei Zinnen hoch, sondern die geht über Campolongo, Valparola, Portoy. Aber die Gegend stimmt zumindest so ein bisschen. Ja, genau, es ist absolut die, die Ecke, ähm, genau, da in der Ecke ist es. Da bin ich ja nicht komplett falsch. Kanazay heißt der Ort, also um den sich da vieles dreht, Araber. Aber, dann gibt's noch den Samstag, das Bergzeitfahren, also das Fahrrad, wo, äh, das, ähm, das Zeitfahren, wo ich wirklich sehr viel drauf wetten würde, dass bei Kilometer 11,3 einige der Fahrer ihr Rad wechseln. Das kann gut sein, ja, also es sind insgesamt 18,6 Kilometer davon, wie du schon sagst, 11,3, ja, fast flach. Und dann wartet da dieses Monster von Berg, muss man schon sagen. Also, ähm, dieser Monte Lusari, das ist so, ja, bei Wanderern ein sehr beliebter Ausflugspunkt in den Jullischen Alpen, also gegen Friaul, da in der Richtung Slowenien, ist das grob gesagt geografisch verortet. Und, ähm, ja, also es gab schon mal so die Pläne der Veranstalter des Giro d'Italia, da doch, äh, ein Bergzeitfahren machen zu wollen. Das, äh, stieß aber bei diversen Umweltschützern auf großen Widerstand, weil, man weiß ja, also Radsport, Ross, wenn die da kommen, dann, äh, ist oft auch mit, äh, ja, Umweltverschmutzung und so verbunden, obwohl es da natürlich auch Bemühungen gibt, den Radsport in der Hinsicht sauberer zu machen und nachhaltiger zu machen. Aber, ähm, das scheiterte bislang daran und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wollen sie da im nächsten Jahr so einen, ähm, abbaubaren Asphalt auftragen, also der sich, also der biologisch abbaubar ist, um einen Großteil dieses Anstiegs überhaupt mal befahrbar zu machen fürs Rennrad, weil das ist bislang noch nicht der Fall, aber die Steigung an sich ist 7,3 Kilometer mit 12,1 Prozent im Schnitt steil, also das ist ähnlich wie der Zonkolan. Äh, ich möchte dich sogar ein bisschen, ich will nicht sagen korrigieren, aber ergänzen, wenn man sich nämlich auf diese, äh, kleinen Details angeht, ne, ähm, dann sieht man, dass quasi die ersten 5 Kilometer im Schnitt 15,3 Prozent haben, ähm, mit maximal 22 Prozent und dann gibt es eine Phase mit irgendwie von so rund einem Kilometer ungefähr mit nur in Anführungszeichen 3,9 Prozent und dann kommt wieder eine Phase, ähm, mit 11,9 Prozent im Schnitt und auch wieder 22 Prozent Passage im Max und dann hinten raus wird es dann wieder einigermaßen flach, aber das ist wirklich ein Monster von einem Ding und, äh, also ich glaube, das erste Mal, wo ich sagen würde, wenn, wenn da der ein oder andere Profi da hinter der Motor im Rahmen gefunden wird, hätte ich da schon Verständnis für. Ja, also ich glaube, es wird vielleicht nicht so entscheidend sein für den Ausgang der Rundfahrt noch, weil ich denke, da wird schon das meiste klar sein, aber meine Befürchtung ist so ein bisschen, ist die Frage, ob da überhaupt Zuschauer zugelassen werden, das ist eine wichtige Frage, weil meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass da die Fans, äh, Einfluss auf das Rennen nehmen könnten im negativen Sinne, wie man es schon oft so bei Bergzeitfahrern gesehen hat, meine, also für mich das Negativbeispiel ist immer so Alpe d'Huez, damals 2004, wo, ja, man sagt ja fast eine Million Menschen an diesem Anstieg standen und wirklich schon, also für die Fahrer war das kein Spaß, da hochzufahren, das ist so ein bisschen meine Befürchtung auch bei diesem Monte Lussari. Aber, aber gerade wenn man vorher schon mit Umweltschutzgründen und so weiter argumentiert, dann sollte es da ein leichtes sein, äh, einfach Zuschauern nicht zuzulassen an der Stelle, also das. Es ist die Frage, ob das, ähm, so vereinbart ist und ob es, äh, also der Giro will mit Sicherheit Zuschauer an dem Anstieg haben, einfach für die Fernsehbilder und, äh, dass man Werbung für sich machen kann, aber wenn der Ort, also, oder die Gemeinde, wo das auf deren Grund und Boden das veranstaltet wird, natürlich sagt, hm, nee, also Bedingung ist, äh, da dürfen keine Leute an den Anstieg, weil die kippen ja ihre ganzen, äh, Bierbecher in den Wald, ähm, dann, ja, wird's, äh, natürlich ohne Zuschauer stattfinden. Da, ich glaube, da müsste, müsste der Giro auch klug genug sein, zu sagen, dann, okay, dann, äh, die Bilder sind doch einfach im Fernseh, also, die, die Bilder sind ja so ausreichend gut genug, also im Sinne von, da, da wird genug Spektakel sein und ich, Ja, aber du weißt ja auch, der Theorie, der ja versucht, äh, immer die Tour de France zu übertrumpfen und noch mehr Drama zu kreieren und da wäre sowas natürlich, äh, willkommen mit einem, ja, wenn man so einen neuen Anstieg, also der wurde bislang noch nicht befahren bei einer Grand Tour, ähm, zu so einem Mythos kreiert und das geht natürlich wunderbar mit viel Publikum. Ja, aber wenn dann am Ende einfach eine Pull oben vom Rad geschubst wird und nicht, und sich ja auch vorstellen, dass, äh, dass das Drama dann doch ein bisschen zu vieles Gut für uns Fans auch ist, das muss man ja auch so sehen. Ja, aber mir hat mal jemand gesagt, das, äh, ist egal, wie man über dich redet, ob gut oder schlecht, Hauptsache man redet über dich. Ja, ich weiß nicht, ob so ein Evelyn Pohl das auch so sehen würde, wenn man, wenn man, wenn er mit dem Gipser, Gipser in der nächsten Klinik reden muss, äh, hoffen wir mal, also ich würde mir den Anstieg jetzt so, wie ich ihn sehe, kann ich mir dieses Zeitfahren sehr schön vorstellen, ähm, wenn man einfach die Anzahl an Menschen, die hochkommen, begrenzen könnte und das wirklich noch ein sportliches Spektakel ist, das würde mich sehr freuen, weil dann kann ich mir dieses Zeitfahren stellen. Und es werden ja wunderschöne Bilder, also man muss nur mal Monte Lusari in eine Suchmaschine seiner Wahl eingeben und dann sieht man schon dieses idyllische Schlösschen da oben, so ein kleiner Wanderweg, äh, das kann man sich schon richtig gut, äh, bei aufkommendem Sommer fast schon Ende Mai vorstellen. Ja, klar. Und wie immer schon bei allen Etappen, ne, also auch bei der Etappe davor ist, wie ja natürlich auch zu der Zeit immer noch das Wetter, die Frage, ne, ob das alles mitspielt, ob das, äh, ob auch alles befahrbar ist, sehe ich aber in diesem Jahr, glaube ich dann eher, also da habe ich schon schlimmere Jahre so irgendwie, äh, vorher gefühlt. Also so die, so die einzige Etappe, die ich da eventuell in Gefahr sehe beim Giro, ist dann wieder die Etappe Nummer 19, also die Königsetappe dann auch, wo es oft über 2000 Meter Höhe geht, aber gut, ja, Ende Mai, Klimawandel ist immer weiter voran, sollte schon gehen, es sei denn, äh, der Giro ist immer noch auf dem Stand von vor zwei Jahren, wo sie keine Etappe übertragen konnten, als zwei Tropfen Regen in den 2000 Meter Höhe Na, 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 das ist ein Spötter. Gut, also, was, also ich bleibe dabei, was ich eben schon so angedeutet habe, ähm, das sind viele Etappen, die auf mich so wirken, als würden sie eine gute Bühne liefern, ähm, aber um in der Theatersprache zu bleiben, ist es da nicht die Male in der Skala, wo, wo die Bühne kreiert wird, sondern das, äh, weiß ich nicht, Oberhausener Schauspielhaus, wo auch tolles, äh, Schauspiel wahrscheinlich stattfindet, aber es ist nicht nur wegen des Schauspielhauses so, äh, grandios ist, also, mir, mir fehlt ein bisschen was irgendwie, ich weiß noch nicht genau was, ähm, aber, das, das muss ja nichts heißen, ne, also, äh, da, genug Drama kann schon stattfinden. Aber was fehlt dir? Weiß ich nicht, mir fehlt, beim Giro fehlt mir immer der Stelvio. Klar, die Fahrer machen letzten Endes, auch die, die am Start stehen, letzten Endes die, die Würze aus, aber, äh, das Maison Place, wie man so sagt, ist bereitet. Ich finde, der Kurs ist sehr ausgewogen, also, es bietet, äh, mit den drei Zeitfahrern insgesamt, äh, sowohl den, äh, zeitverstarken Grundfahrern, als auch mit den, äh, vielen Bergetappen hinten raus, auch den Bergfahrern gute Chancen, also, ja. Das stimmt, das stimmt, ja, also, da, da, es kann sich keiner, ich finde, es kann sich kaum ein Fahrer beschweren, ähm, so nach dem Motto, dass es nur dem Fahrer oder nur dem Fahrer auf den Leib geschnitten, wie es ja manchmal dann auch bei, bei der Tour gemacht wird, ne, dass man sagt, okay, die haben dieses Jahr etwas entworfen für, ähm, das glaube ich nicht, das finde ich nicht, und, ähm, ja, Durchwachstum, vielleicht ist das auch gerade so ein Zeichen an, so ein FNL-Pol, so nach dem Motto, hey, hier ist eine Rundfahrt für alle, für alle Typen von Fahrern, für Allrounder, ähm, wie wär's, ja. Nach dem Giro, äh, haben wir meistens drei, vier Wochen Pause, und, äh, dann kommt auch schon die Tour. Und auch die hat, äh, schon gesagt, müssen Sie sich dieses Jahr das so vorstellen mit ihrer, mit ihrer Rundfahrt, und da gehen wir jetzt auch mal kurz durch, äh, wo hab ich's denn, wo hab ich's denn, die Karte, die ist in der Tat, diesmal nicht so schön wie beim Giro, alles so schön übersichtlich. Ja, bei der Tour de France, das ist ja immer so, dass am Anfang bei der Vorstellung noch nicht alle Etappenprofile, also, wie sie später auch sein, werden veröffentlicht werden, sondern, ähm, ja, da teilweise noch so weiße Felder sind, aber wenn man sich so auf der Karte anguckt mal, also Start ist ja nächstes Jahr, äh, wieder ein Auslandsstaat, Baskenland, geht's los, ähm, und, aber auf der Karte ist es so eine diagonale Tour de France, ja, also eine Tour de France, die fast nur durch Zentralfrankreich danach führt, also, sowohl der Süden, äh, also von Korsika will ich gar nicht reden, äh, also Nizza, Marseille und so, die Mittelmeerküste, ne, also kann man... Genau, als, als auch, äh, die Atlantikküste oben, äh, im Norden, äh, Normandie, Britannia, da ist man überall nicht, sondern, äh, es spielt sich wirklich alles in, im Baskenland und, äh, dann in Zentralfrankreich ab. Ja, kurios eigentlich, ne, sonst hat man ja immer diesen Rundkurs, zumindestens früher hatte man immer gesagt, ne, im, im, ich glaube, im geraden Jahr, äh, gegen und im ungeraden Jahr mit den Uhrzeigersinn, ähm, komisch, ich erinnere mich nicht an eine Tour, die mal so, also, müsste ich jetzt schon lange nachdenken und mir wahrscheinlich mehrere Karten übereinander legen, aber so in der Form erinnere ich das nicht mehr, dass es das vor, in den letzten Jahren mal gab, bin gespannt, aber andererseits sieht es für mich auch so ein bisschen aus, als hätte man versucht, die Transfers möglichst kurz zu halten, was ich ja immer, und vor allen Dingen die Fahrer wahrscheinlich sehr erfreuen wird. Ja, das mit Sicherheit, ähm, also, ich bin, also so, auf den ersten Blick sieht es für mich nicht so aus, als müsste man da groß, lange Bustunden unternehmen. Ja, 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 und von der Strecke her, also, ne, wenn ich mir jetzt hier anschaue, ne, gebirgelig, Hügel, wird unterschieden zwischen Flachetappe, Hügelig und Gebirge, also 1, 2, 3, was ist denn, Zeitfahren hier wahrscheinlich, ne, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal Gebirge, wenn das wirklich sich dann so bewahrheitet, ne, also wir haben hier zum Beispiel, hast du schon für dich? Also, auch schon der Auftakt ist ja im Baskenland sehr anspruchsvoll, also die Sprinter, die werden da erstmal, ähm, stöhnen, möchte ich schon sagen, die haben da erstmal nichts zu melden, das ist eher die ersten beiden Etappen da, rund um Bilbao und dann auch nach San Sebastian, was für Pantschöre, gerade die zweite Etappe, da gibt es kurz vor Schluss den Heizki Bell noch, den kennt man ja von der Klassiker San Sebastian, und da ist ja nicht nur der Berg, äh, sehr anspruchsvoll, sondern auch die Abfahrt dann runter in Richtung San Sebastian, um hoffen, dass da alle Heile durchkommen, und ja, dann geht's ja, Etappe 3, äh, ist dann eher was für die Sprinter, also nach Bayonne, könnte dann was für die Sprinter sein, Etappe 4, ja, könnte auch für die Sprinter sein, und dann, ja, Etappe 5 geht's dann ja auch schon in die Pyrenäen, zumindest mal so rein, nach Laurence, da gibt's zwei Bergwertungen dann mit, äh, Col de Soudé und Col de Marie Blanc, aber wieder so eine Abfahrt und noch ein paar Kilometer Flach. Kein Fisch, kein Fleisch Etappe für mich, also da wird die, äh, Etappe dann am nächsten Tag, äh, hoch zum Tourmalé, das wird, äh, Aspain, Tourmalé und dann am Ende der, der andere, der andere, ja, das ist definitiv näher dran als alles, was ich, äh, jetzt gesagt hätte, und auch eine Etappe mit 145 Kilometern, ne, also da, da wird's, also wäre jetzt meine Hoffnung, dass es zumindest da schon mal so ein bisschen scheppert, ähm. Mit Sicherheit schon erster, erstes, erster Schlagabtausch zwischen den Favoriten, aber ich finde, so auf den, äh, Tour de France Profilen, wo ich es so vergleiche mit den vom Giro d'Italia, äh, kommt es gar nicht so raus, also dass da plötzlich der Tourmalé ist, das sieht alles irgendwie so süß aus, was so, äh, verkleinert irgendwie dargestellt wird. Ja, das, das stimmt, das stimmt, der ist halt weniger Dramatik, ne, und am, äh, dann die nächsten Tage ist auch noch gar nicht so richtig über den Kurs bekannt, und dann erst wieder bei Etappe 9, ähm, dass man dort dann am Puy de Dom ankommt. Ja, das ist, äh, das, äh, so, was über der Tour de France drüber steht, oder wo, was viele Schlagzeilen geschrieben hat, die Rückkehr des Puy de Dom, ich meine 1988, in meinem Kurs, ja, war letztes Mal im Programm der Tour de France, und, ja, also hat Radsport Geschichte geschrieben, ähm, da sind viele legendäre Duelle, viele erinnern sich vielleicht an den Zweikampf zwischen Jacques-Anctil und Raymond Polidor, oder auch damals, als, äh, dieser Zuschauer, der Eddy Merckx auf die Leber geschlagen hat, ähm, das alles. Also, als das Wort Pondscher noch eine andere Meinung hinterher hatte. Stimmt, ja, absolut, äh, fand alles da statt, und, ähm, wenn man sich das mal anguckt, also, der Anstieg ist auch, äh, im Detail richtig schwierig, also, da geht's, äh, die letzten Kilometer fast nur zweistellig hoch, ähm, ich erwarte mir da, also jetzt, da wird die Tour de France nicht entschieden, aber schon, äh, einige Abstände. Ja, und es ist ja auch immer noch, also, ich bin jetzt weit davon entfernt, mir anmaßen zu wollen, so etwas richtig beurteilen zu können, aber wenn ich jetzt so ein Fahrer wäre, der keine Chance auf ein Gesamtklassmung hat, wäre in einem Team, wo auch jetzt eher so auf Etappenjahr geht, da ist das ja schon einer der Prestige, mein Gott, prestigeträchtigsten Etappen dieses Jahr, und da wird's mit Sicherheit auch der eine oder andere sich, die auf die Fahnen geschrieben haben, ey, an dem Tag möchte ich die Etappe gewinnen, und das bedeutet ja für dieses berühmte Rennen im Rennen auch nochmal ein bisschen Action, ähm, wenn man da zwei Rennen sieht, also das finde ich, äh, äh, wird mit Sicherheit ein toller Tag, also ohne Frage wird das ein toller Tag, ähm, schön, also, ne, und das ist, das ist, was ich meine, an dem Tag, äh, wird's ein Spektakel geben, egal wer gewinnt und egal wer attackiert oder was es ist, das ist so ein Tag, äh, ja, äh, wie ich ihn, wo, wo die Bühne dann doch, äh, die Bühne als solches ja schon ein Spektakel ist, ähm, vielleicht ist es jetzt nochmal klarer, was ich gemeint habe in meinem diffusen Gedanken. Ja, klar, also das werden sich, vor allem die Franzosen, denke ich mal, werden sehr heiß auf diesen Etappensieg sein, weil das, äh, innerhalb Frankreichs, glaube ich, nochmal, äh, eine größere, größere Bedeutung hat, dieser, äh, Puitetum. Ja, wenn wir es sogar wissen, dann weiß ich, dass sie das nicht am 14. dann auch gefahren sind, das ist ja, dann wäre ja alles aus, ähm, ja, ich glaube, die nächsten Etappen, wenn ich das jetzt überblicke, wir sind jetzt, das war jetzt Etappe Nummer 9, also an dem Sonntag, auch natürlich fernseh, fernsehtechnisch, äh, gut gemacht, ähm, dann die Etappen 10, 11, 12, äh, nee, warte mal, 10, doch, 10, 11, 12 ist über das Profil jetzt von den Bergen ja noch nicht so bekannt, dann kommt erst wieder 13 mit dem Kolumbier. Ja, so 10, 11, 12 und den Ruhrtag dazwischen ist man auch in der Auvergne, heißt die Gegend da unterwegs und dann, ja, geht's dann Richtung Zentralfrankreich weiter, Etappe 13, meintest du ja, das Profil ist auch schon da, ähm, da geht's in den Grand-Columbier, ähm, die Ankunft hatten wir erst 2020, recht spektakulär, auch damals kann ich mich dran erinnern, hat Dati Pogac hat da den Sprint gegen Primoz Roglic oben bei dieser Bergankunft gewonnen und, äh, es war bei der Tour de France, meine ich, der Tag, äh, der Anfang vom Ende für Egan Bernal, der an dem Tag mächtig Zeit verloren hat. Möchte ich dir nicht widersprechen, das kann gut sein, da ist so weiter, für sowas ist mein Gedächtnis noch nicht mehr geeignet, sagen wir nicht mehr geeignet, ähm, das war Etappe Nummer 13, ne, ja, 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 dann 14, äh, auch wieder, ich weiß nicht, ob es nicht anders technisch lösbar ist, aber da hätte ich mir auch gewünscht, dass man die letzte Abfahrt nicht mehr fährt, sondern beim Col de Jean-Plant, äh, äh, ja, Col de Jean-Plant kennt man ja aus, äh, vielen Tour de France Austragungen und unter die Abfahrt nach Morsin auch, ähm, das ist ein sehr schwerer Anstieg zum Schluss nochmal, und, ja, also, Etappe, die für vieles gut ist, also, natürlich, wenn da die, äh, absoluten Klassementfahrer vorne seien, aber es ist die Frage, wie verhält man sich jetzt auf so eine Etappe mit einer Abfahrt zum Schluss dann? Ja, und vor allen Dingen, wenn man, äh, im Hinterkopf hat, dass am nächsten Tag, ich weiß nicht, auf dem Papier wirkt diese Etappe sehr, sehr komisch und sehr schwierig auf mich, ich weiß gar nicht, wie das am Ende so aussehen wird in der Realität, ähm, weil es ist eine klassische Bergankunft, ne, und zwar nur 7,2 Kilometer, 7,7 Prozent am Ende, aber trotzdem ist das ja den ganzen Tag über so ein Sägezahn, äh, Profil, das, das könnte meiner Meinung nach eine sehr interessante Etappe werden, diese, äh, ähm, Etappe Nr. 15 ist das genau. Ja, also, sie macht, also, es sind nur 1, 2, 3, 4 kategorisierte Anstiege drin, aber sie sammelt über den ganzen Tag sehr viele Höhenmeter, muss man so sagen, weil es noch hat die Ruhe, hat man auch den Eindruck, so, dass die Fahrer die Ruhe haben. Absolut. Äh, dann ist wieder Ruhetag, ne, dann geht's in die letzte Woche, Etappe Nr. 16, noch nicht so richtig. Das ist das einzige Zeitfahren bei der Tour de France, ach ja, okay. 2023 und das ist auch noch ein halbes Bergzeitfahren, also, da, äh, können sich die Kletterer wirklich nicht beschweren im nächsten Jahr über die Strecke, also, die sind da sehr begünstigt, ähm, da haben sich auch schon viele, ja, in die eine als auch in die andere Richtung geäußert, also, ich hab's gelesen, Garen Thomas hat die Strecke sehr kritisiert, also, die Tour de France-Organisation dafür, äh, meinte, dass man damals 2007, als er seine erste Tour de France oder 2008 gefahren ist, noch zwei lange Zeitfahren hatte und jetzt das auf 22 Kilometer zusammendampft, ähm, und ihm die Entwicklung so nicht gefällt. Ja, kann man die Meinung durchaus vertreten, finde ich, also, ähm, äh, ist jetzt etwas, wo ich, es mir schwerfällt, schwerfallen würde, Argumente gegen, ähm, vorzubringen, also, es ist, er beschreibt, finde ich, zumindest, dass es passiert. Ähm, Etappe 6, äh, 17, nach Courchevel hoch, wird vermutlich ein paar Höhenmeter haben, ja, also, das ist, auch wenn noch nichts genaues raus ist. Für mich eigentlich schon so die Königsetappe fast der Tour de France, weil zum Schluss geht's da diesen Col de la Luz hoch, der hat auch 2020 seine Premiere bei der Tour de France und das war damals absolutes Spektakel, muss man sagen, der Berg hat, äh, genau das gehalten, was er verspricht, nämlich mit fast 30 Kilometern Länge, äh, ein absoluter Scharfrichter zu sein. Damals hat, äh, war die Ankunft nicht in Courchevel, also jetzt fährt man noch ein Stückchen runter, eine Abfahrt, also verliert er wieder 300 Höhenmeter auf den letzten rund sieben Kilometern noch. Damals war die Ankunft oben auf dem Berg und da hat Miguel Angel Lopez gewonnen und Primoz Roglic, damals Tadej Pogacar, noch Zeit abgenommen und da dachte man noch, äh, ja gut, jetzt hat, äh, Roglic da den Deckel drauf gemacht, aber wissen alle, ein paar Tage später hat sich das Blatt gewendet. Das ist auch die, ist das die Königsetappe für dich? Ich finde schon, also, auch mit den Anstiegen vorher, Cézis, Roselon, Langefort, also. Ich, ich, ich unterschreibe das völlig, also ich, äh, denke auch, dass das sowohl von der Höhenmeter als auch von der, ähm, was ich gut finde, ähm, dass diese Etappe nicht ganz am Ende kommt, weißt du, das ist eine Mittwochs Etappe, ich meine, es ist einigermaßen blöd, die ist relativ kurz, 166 Kilometer, also, ne, beim Giro hätten die Leute dafür gar nicht erst rausgepackt, ähm, es ist der Mittwoch, das heißt, es ist, also einerseits ist sie so schwer, dass man nicht sagen kann, ähm, pass auf, äh, ne, kommt noch, also, da muss man einfach als Classe-Montpfarrer präsent sein an dem Tag, so, aber andererseits, es kommt dann noch, nochmal diese hügelige Etappe, ähm, die nächste, also da ist, glaube ich, gar nichts mehr groß, also es kommt ja noch die Etappe am, äh, ähm, Samstag, die ja auch nochmal mit 133 Kilometer sehr kurz ist, die also von Anfang an, ähm, Krawall verlangt, die auch ein paar Höhenmeter hat, dass man, dass man da was rausholen kann, aber wo man sich nicht drauf verlassen kann, wie ich finde. Aber du hast, finde ich, so nach dieser Etappe, die wir gerade besprochen haben, also nach Courchevel am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag so zwei Etappen, ja, also wo du dich in Anführungsschlusszeichen nicht ausruhen, aber, äh, wo du jetzt nicht mit Großangriffen im Gesamtklassmort rechnen musst, äh, das sind eher so hügelige oder fast schon flache Etappen, und dann gibt's ja noch diese Etappe durch die Vogesen, äh, Etappe 20 nach Le Markstein, ähm, das, wenn ich, ähm, nicht völlig falsch informiert bin, ist es auch ähnlich dem Profil, was dieses Jahr bei der Frauentour de France, also bei der Tour de France-Famme gefahren wurde, da, äh, über Col du Platzer-Vasel zum Schluss hoch, und ich finde, die Etappe am, am Samstag, die ist jetzt auf den ersten Blick so, nicht so super schwer, also es ist jetzt nicht absolutes Hochgebirge, dass es da in den Alpen hoch hinausgeht, aber von Anfang bis Ende, also du könntest, wenn du wolltest, schon am Ballon der Salz angreifen, also nach Kilometer 24, weil, äh, es geht den ganzen Tag rauf und runter. Äh, genau, und das, das finde ich, macht es so, finde ich, diese letzte Woche in ihrer, klingt jetzt viel pathetischer, als es gemeint ist, in ihrer Choreografie, finde ich einfach sehr gut gemacht und sehr interessant, zumindestens, ähm, wie sie angelegt ist, weil der, der, der richtig schwere Höhepunkt am Mittwoch, dann zwei Tage Ruhe, wo mal mutmaßlich wahrscheinlich nicht viel passieren wird, und dann am Samstag aber eine Etappe, wo du dich als potenziell zweiter, dritter im, ähm, also, nee, anders, wenn ich an dem Mittwoch in die Etappe reingehe und bin vielleicht zweiter, dritter oder vierter, einer von denen nicht führen, also der nicht führt, aber zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster vielleicht noch mit so einem gewissen Abstand ist, dann muss ich an dem Tag abliefern, weil ich habe nicht mehr die Chance noch auf groß irgendwas zu warten, der, der, der Großangriff am Samstag wäre definitiv zu spät, weil die Etappe doch deutlich leichter ist als die Etappe am Mittwoch, aber andererseits, ähm, kann ich mich als derjenige, der am Mittwoch attackiert, nicht darauf verlassen, dass die drei Minuten, die ich da habe, ausreichend sind, um den, den Samstag hundertprozentig drüber zu kommen, da kann immer noch was passieren, wie ich finde, ne, also dafür ist die Etappe, die ist einerseits, ist die Etappe am Samstag zu leicht, um sich hundertprozentig darauf zu verlassen, dass man was dreht, aber sie ist auch zu schwer, um sich darauf verlassen zu können, dass nichts mehr gedreht wird, das klingt jetzt sehr grotesk, aber ich glaube, wir kennen uns lange genug, dass du weißt, was ich meine, deswegen finde ich die einfach mal sehr, sehr gut durchdachtet, diese letzte Woche, also. Es ist interessant zu sehen, dass, äh, mal so ein Grand Tour nicht auf dieses, wie sagt man das, neudeutsche Backloading, also alle Etappen hinten reintun, äh, setzt, sondern, äh, diese dritte Woche gut durchgemixt ist mit, auch so Etappen, wo vielleicht die Sprinter noch was reißen können, als auch, äh, so eine hügelige Etappe. Und das, das gefällt mir sehr gut, dass das, äh, diesmal anders ist und, ähm, ja. Es ist auch eine interessante Etappe, also so dieses Finale, sehr interessant wieder für deutsche Fans, weil man da natürlich in den Vogesen sehr nahe auch zur deutschen Grenze ist, also falls man davor hat, sich die Tour de France vor Ort anzusehen. Ja, warum nicht? Oder auch, wenn man, äh, mit dem Camper vielleicht in die Alpen fahren will, dann hat man da an zwei, drei Tagen, ähm, äh, wenig logistischen Aufwand, um mehrere Etappen anzugucken. Ich guck mal gerade, Klokoll, du Platzerwase, äh, Maps. Wie weit ist das denn von dir? Machen wir mal hier, machen wir hier mal Nägel mit Köpfen. Ja gut, von München ist das schon ein Stück, aber wenn man jetzt, äh, sag ich mal, in der Nähe von Freiburg fährt, kann man fast schon mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, das kannst du ja von München auch, wenn du langen Atem hast. Muss ich ausreichend, äh, Zeit- und Ruhetage einplanen. Äh, nee, 420 Kilometer, das ist auch an einem Tag, äh, ich guck jetzt noch mal kurz, für den Chris nach, also für den sind es 250 Kilometer von, äh, Lindau. Siehst du, der wird sich das bestimmt schon, äh, wird schon ein Hotel gebucht haben. Wieso Hotel? Fährst du mit dem Fahrrad hin, zählst eine Nacht auf den Berg und fahrt am nächsten Tag zurück. Das ist auch. Aber ich finde es, apropos Hotels, ich finde es ja immer wieder faszinierend, also es gibt so ein, äh, so ein Niederländer, der im Vorhinein von der Tour de France-Strecken Bekanntgabe immer die, äh, Etappen schon auskundschaftet und, aber er hat eine, äh, erstaunlich hohe Trefferquote, was so die, äh, Zielorte angeht und der macht es scheinbar so, dass der alle möglichen Hotels abklappert und guckt, ob die schon für den Zeitraum ausgebucht sind oder was die an Buchungen haben. Also unheimlicher Recherche auf, um das rauszufinden. Ich beneide ihn sehr um die Zeit, die er für so etwas hat. Oder andererseits, vielleicht habe ich auch ein bisschen Mitleid mit ihm, dass er so viel Zeit dafür hat, das weiß ich noch nicht genau, muss ich, bin ich noch umentschieden. Ähm, ja, aber wenn ich jetzt so beides, jetzt nach dem Gespräch darüber, äh, beide Konturen miteinander vergleiche, ist es oft so, also ist es diesmal so, dass ich eindeutiger als sonst benennen kann, ähm, worauf ich mich freue oder was ich, ich finde diese letzte Woche, von den sechs Wochen, die wir jetzt besprochen haben, finde ich diese letzte Woche der Tour wirklich am interessantesten. Ja, aber was hältst du von der Tourstrecke als Ganze? Ja, ich muss auch sagen, ne, also so ein Ventoux finde ich auch immer schön. Also so ein bisschen. Es fehlen wirklich diese, äh, mythischen Bergeankünfte, also Alpe d'Huez, Mont Ventoux, Tourmalet ist zwar drin, aber keine Ankunft oben. Ja, ein bisschen schon, ich finde auch diese Streckenführung mit diesem, ähm, einmal links, unten, rechts, oben, finde ich ein bisschen eigenartig. Also man, man wird wenig von Frankreich sehen, so blöd das klingt, im Vergleich zu sonst. Ähm, ich, das verblasst aber für mich, also ein bisschen, ich kann jetzt auch mal auf Mont Ventoux und Alpe d'Huez verzichten und das große Spektakel. Ich glaube, da sind sehr viele Etappen bei, also diese Gesamtchoreografie steht für mich dieses Jahr bei der Tour da, oder nächstes Jahr bei der Tour da so ein bisschen drüber. Weil das finde ich wirklich sehr, sehr, ähm, interessant und dass, dass da so ein Impuls gesetzt wird, auch mit diesen kurzen Etappen wieder, zumindestens eine. Ähm, ich finde das sehr durchdacht und das geht in eine Richtung, die mir gefällt. Ähm, was da am Ende damit passiert, puh, das, das werden wir sehen. Ich finde das mir auch aufgefallen, klar, die vielen kurzen Etappen, aber mein Eindruck ist, dass Tour de France, äh, die Bergfahrern sehr, sehr entgegenkommt. Also es sind insgesamt, meine ich, fast 10.000 Höhenmeter mehr als in diesem Jahr. die bewältigt werden müssen, also zwei oder drei Bergetappen fast, wenn man es so sagt. Ähm, und du hast halt nicht die Schwierigkeiten, dass du in der ersten Woche beispielsweise irgendwo auf einer Windkante abgehängt wirst. Klar, das kann im Baskenland auch mal passieren, aber es ist nicht so wahrscheinlich wie in Nordfrankreich irgendwo. Also das fällt halt komplett weg. Du hast kein Kopfsteinpflaster, du hast nur ein Zeitfahren und ansonsten viel, viel Berge. Ähm, ja, aber man muss es mögen, sage ich mal so. Also wenn man Fan von Bergfahrern ist, mit Sicherheit cool, aber dann wird es auch wieder die anderen geben, die sagen, mir fehlt, äh, also es hat kein kompletter Fahrer gewonnen, weil die sind ja gar nicht an der Atlantikköste oben langgefahren. Ja, damit, davon mache ich mich, mache ich persönlich mich jetzt aber mittlerweile frei, dann sage ich halt, jede Tour ist anders und mal wird da mehr drauf Wert gelegt und mal ist das Priorität und, 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 und. Ja. Also ich glaube persönlich für, für, also nehmen wir jetzt mal die beiden, äh, großen Protagonisten aus 2022, Winkiger und, äh, Pogacic. Also für die macht es keinen Unterschied, ob jetzt da ein oder zwei Zeitfahren dabei sind, weil die sich im Zeitfahren fast neutralisieren, also sind, ich glaube, ein ähnliches Niveau. Mhm. Dafür sind vielleicht auch die, 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 die Favoriten oder diejenigen, die dominierenden Fahrer, wie damals auch zu einer gewissen Zeit, ähm, um die Jahrtausendwende, sind sich sehr ähnlich, dass du, dass du nicht über die Strecke da den einen oder den anderen deutlich favorisieren würdest, ne? Also wir hatten nicht mehr, wenn man jetzt sich angeschaut hat, vielleicht so einen Gegensatz zwischen einem Jan-Ulrich und einem, ähm, ähm, äh, na, oh Gott, ich komme nicht auf den Namen, Pirat. Pantani. Pantani, genau, ne? Das, da hättest du einfach durch die Streckenführung entweder den einen oder den anderen sehr bevorzugen können, ne? Und das gibt's im Moment nicht, ne? Also da ist es. Und jetzt könntest du noch sagen Remco Evenepoel, weil der ist im Zeitfahren wirklich stärker als die beiden, dem würden mehr Zeitfahrkilometer eher anlocken. Mhm. Ja, genau, aber deswegen, damit hat, hat der sich ja den Giro, aber wenn du jetzt die Tour zum Beispiel nimmst, dann wirst du jetzt, äh, Winninger oder Pogacar, da ist jetzt keiner, wo du sagen könntest, okay, ähm, der wird dadurch jetzt so bevorzugt. Dafür sind die sich vom Stil her so ähnlich. Aber, ja, also, äh, mir, mir gefällt's. Tour 23, mir gefällt's, das wird der Slogan. Ähm. Apropos Pogacar, hast du gesehen, dass der jetzt gerade, äh, mit Uran durch Kolumbien irgendwie tourt? Äh, im Kofferraum? Mit Uran? Ach, ne, mit dem Fahrrad, ach so. Nee, als Cowboy verkleidet. Echt? Ja. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Äh, aber warum, warum haben die, sind die zwei jetzt dicke miteinander? Hab ich da was verpasst? Ja, weil die, also, weil die da eingeladen wurden bei dieser Veranstaltung von Roberto Uran. Ach so. Ah, okay, okay. Nee, hab ich nicht, ich hab in den letzten Tagen und Wochen sehr wenig von vielen Sachen mitbekommen, äh, außer dass du mir... Also heute hat man irgendwie gesehen, dass die zusammen irgendwie angeln waren. Du schickst mir nur lustige Bilder von Chris Ruhm, wo der aussieht, äh, wo ich kurz gedacht hab, dass der aussieht, der kleine Bruder von Martin Gore, den ich dir jetzt nennen müsste, wer Martin Gore ist, oder? Ja, aber es war, fand ich sehr erheiternd. Ja, Martin Gore ist ein Musiker, also insofern ist das nicht dein Fachgebiet, du bist vollkommen entschuldigt. Ähm, aber ich schick dir mal ein Bild. Ich kenne du El Gore, der war manchmal Präsidentschaftskandidat in Amerika. Ja, das stimmt. Das sind aber komplett andere, äh, warte mal, Bild, Link, wo kann ich denn hier Link kopieren? Ich glaube es nicht. Und er ist noch ein paar Jährchen, Jahrzehnte älter, behaupte ich schon mal. Ähm, wahrscheinlich wirst du mich gleich total bescheuert, wenn du sagst, wie, der sieht doch ganz anders aus. Nun ja, äh, wo wollte ich denn hin? So, ähm, gedanklich. Nee, also mir gefällt, mir gefällt die, wenn ich jetzt, wenn du mich fragen dürftest, du darfst nur eine rundfahren nächstes Jahr gucken, Giro oder Tour, würde ich mich für die Tour entscheiden. Hm. Vielleicht kommt aber auch noch die Vuelta mit irgendwas ganz Krassem aus der Kiste. Ja, die Vuelta-Präsentation ist, äh, stand jetzt Anfang, also Anfang, Mitte Januar, 15. Januar war da, meine ich, äh, das Datum, also da bereiten. Die machen das, glaube ich, bewusst so, dass sie hinten raus, äh, immer das letzte Wort noch haben. Ja, ist ja auch die letzte Rundfahrt des Jahres, ne? Warum sollen die sich vorher den Stress machen? Also würde ich auch nicht machen, ähm, wenn ich die wäre. Also, äh, warum sollen die in ihrer ganzen Planung drei Monate schon, da kann ja auch alles Mögliche passieren. Äh, so, das waren jetzt die Rundfahrten. Du hattest noch ein bisschen hier Transfers. Ich hatte auch mal eine Liste irgendwo bei Procycling-Stats, glaube ich, mit allen Transfers. Kann das sein, dass ich die, dass es da eine gibt? Und die habe ich wieder Procycling-Stats, Procycling-Stats-Transfers. Also, was ich in dem Satz sehr interessant fand, dass jetzt, äh, Movistar, die hatten einen, äh, sag ich mal, Media Day, wo sie, äh, oder Signing Day hieß der, wo sie ihre Neuverpflichtung dann bekannt gegeben haben. Gut, die haben dann, äh, letzten Endes da Ruben Guerrero, Fernando Gaviria und noch einen dritten spanischen Ware geholt, ähm, wobei mir der Transfer von Gaviria sehr interessant erscheint, weil jetzt Movistar mal wieder mit einem Sprinter und, äh, Gaviria zuletzt jetzt bei URE Emirates, hm, war nicht mehr so, fand nicht so stark wie noch zu, äh, Quick-Step-Zeiten, wo er wirklich auch mitunter der beste Sprinter der Welt war, so ein bisschen von dem Pfad abgekommen. Bin gespannt, ob der jetzt in dem Team ausgerechnet, das jetzt nicht für seine Sprint-Expertise bekannt ist, zurück zur alter Stärke finden kann. Was ist denn das Neue, äh, ist das denn Neues? Ich, ich, ich hab mir jetzt mal einfach so die Sprint, äh, die Transfers der letzten 30 Tage oder haben rausgesucht, äh, Q3, 96,5 Pro-Cycling-Team, was ist das denn, wo kommt das denn, wer hat denn da wen übernommen? Das ist sozusagen der Nachfolger der Kobeka-Mannschaft, die im letzten Jahr ja keinen Sponsor mehr gefunden hat, aber der Manager dahinter ist immer noch, äh, Douglas Ryder und die fangen jetzt dann in der zweiten Liga sozusagen von neu auf, ähm, ich glaube, da steht ein südafrikanischer Gönner, sag ich jetzt mal, dahinter, der das nötige Geld gibt. Och, ich hätte auch gern Gönner. Werden beraten, ähm, also Vincenzo Nibali ist da auch ins Management involviert und die haben jetzt, äh, ihren Kader bekannt gegeben mit, ja doch, schon namhaften Fahrern. Ja, da ist ein, zumindest was ich auch schon mal gehört habe. Ähm, und sei es nur ein Jack Bauer, den man immer wieder, ansonsten finde ich aber, dass man, also ich habe jetzt nur die letzten 30 Tage an, so richtig große Dinger sind da ja nicht bei, oder habe ich irgendwas übersehen? Ja, also die großen Transfers, also interessant finde ich, äh, Timon Ahrensmann von DSM jetzt zu Ineos noch gegangen, ist jetzt auch noch nicht allzu lange her, ähm, das, also hat jetzt bei der Vuelta auch nochmal sein Potenzial gezeigt, ähm, ja, und ansonsten ist natürlich immer noch, achso, Adam Yates geht von Ineos zu Team UAE-Emirates, UAE-Emirates hat auch Jay Vine verpflichtet, also der bei der Vuelta für Furore gesorgt hat, ähm, das fand ich auch noch sehr interessant und die große Frage ist natürlich immer noch nach wie vor, was passiert mit Mark Cavendish, da gab es schon die Gerüchte, oder es wurde, äh, sogar schon zweimal eine Pressekonferenz abgesagt, wo mutmaßlich Mark Cavendish als Neuzugang bei Team B&B-Hotels präsentiert werden sollte, ähm, da sollte angeblich, äh, die Hauptstadtregion Paris noch als Sponsor dazukommen, da gibt's aber scheinbar Probleme und so hängt da jetzt Cavendish so ein bisschen in der Luft und die Frage ist halt, wenn das nicht klappt, ja, äh, was macht er denn? Was macht er denn? Ja, Teams sind ja mehr oder weniger alle voll und es ist ja jetzt nicht nur Cavendish alleine, sondern da sind ja auch noch, äh, meine ich, zwei oder drei andere Fahrer, die da für ihn als Anfahrer fungieren sollen und bei so einem Sprinter muss man ja auch sehen, welches Team ist dann bereit bei der Tour de France mindestens mal die Hälfte der Mannschaft nur für einen Mark Cavendish abzustellen. Ja, also ich sehe da leider Gottes schwarz ein bisschen, also. Wer soll denn noch kommen? Also ich würde sagen, so Israel beispielsweise, die wären noch ein super Team für Mark Cavendish, weil die haben relativ, äh, guten Sprintzug und, ähm, für die wäre das natürlich willkommen, weil sie, also klar, wenn du mal Cavendish hast, wirst du eine Wildcard für die Tour de France bekommen auf jeden Fall und die Abstiegsregelung sind sie ja, werden sie wohl betroffen sein, dass sie da auf eine Wildcard angewiesen sein werden und ja, warum nicht? Und Cavendish könnte zurückzahmen und sagen, ich bin schon gegen deinen Vater gefahren. Das ist auch wieder ein Aspekt, der mir so gar nicht bewusst war. Dein Vater schon abgehängt, komm, du mir mal ins Hinterrad. Ähm, was ich noch, äh, wahrscheinlich schon mal irgendwann gehört habe, aber schon wieder komplett verdrängt hatte, Nikias Arndt, geht auch zu UAA, haben aber, wenn ich jetzt so es sage, Bahrein, oder? Äh, Bahrein meine ich ja, haben, wundert mich ein bisschen, aber haben wir, glaube ich, haben wir es nicht schon mal hier auch erwähnt? Ich weiß nicht mehr. Ne, meine ich nicht, aber, ja, warum nicht? Also, ja, tut ihm gut, ist aber wieder, ja, ein Fahrer von Team DSM, der das Team verlasst, auch einer, der jetzt sehr lange da war. Ja, genau. Äh, also, das, das, das. Und ihm fehlt ja, meine ich, nur noch der Tour de France Etappensieg, vielleicht, um die Sammlung, also aus Thiro und Vuelta und Tour de France Etappensieg voll zu machen und vielleicht erhofft er sich ja jetzt bei, äh, Team Bahrein, da ein paar mehr Freiheiten, dass er auch mit zur Tour de France kann und da in den Ausreißergruppen auf Etappensiege fahren kann. Ja, und, ähm, wen hatte ich denn noch? Ja, hier, äh, da hatten, weiß ich auch nicht, ob der Karapaz. Und, äh, Amador, ähm, gehen zu Education First, ein Team, was ich gerne mag, ähm, also meine Sympathien gewonnen haben. Das ist interessant, also, weil, wenn man sich jetzt mal Ineos anguckt, gut, die haben Egan Bernal, aber du weißt nicht, was wird mit Egan Bernal, also, äh, wird der wieder fit auf sein altes Niveau zurückkommen, wie lange wird das dauern? Und ansonsten haben die keinen, der in der Spitze mit Winger und Bogacin mithalten kann. Und da wäre eigentlich, das ist eine gemähte Wiese für Karapaz gewesen, dass er zumindest bei einer Grand Tour hätte Kapitän sein können. Ist dann ein interessanter Schritt, jetzt zu einem Team wie EF zu gehen, die, ähm, ja, eher so im Mittelfeld der World Tour irgendwo mitspielen, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und, ähm, da sein Glück zu versuchen, also, wo du auch nicht so vielleicht auf den ersten Blick denkst, dass die die Möglichkeiten haben wie Ineos, weil kein Team ist so bekannt dafür, jeden Stein fünfmal umzudrehen wie Ineos. Also, ähm, da bin ich extrem gespannt darauf, wie das funktionieren kann, Karapaz bei EF. Ja, ja, und ich bin auch gespannt, wie es mit dem Team Ineos weitergeht, ne? Also, das, ähm, sind die über den Zenit schon hinaus oder kommen? Also, da bin ich gespannt. Also, die, die, die sind ja immer noch Top-Fahrer alle dabei, ne? Also, die haben bestimmt drei, vier Leute, wo sich jedes Team als Kapitän sich die Hände nach denen, ne, die Finger lecken würde, nicht die Hände, die Hände lecken würde. Ähm, aber trotzdem, irgendwie hat man, hat man so, hab ich da grad kein gutes Gefühl bei, und mein Gefühl interessiert die wahrscheinlich in feuchten Dreck, aber irgendwie ist das komisch. Also, ist es nicht mehr das, was es mal war für mich irgendwie, so, komisch. Was haben wir denn noch, so, so, vielleicht, äh, Team Bora hatte ich hier auch nochmal so in der, ne, also, Nico Denz wechselt nach Bora, auch so ein Wechsel, äh, Bob Dschungels kommt zu Bora, also, ich würde so sagen, so punktuelle Verstärkungen, würde ich es mal so. Ja, jetzt nichts Spektakuläres, also, sie haben drei Transfers hier getätigt, also, Bob Jungels, Gold, Nico Denz, äh, und Florian Lipowitz, der sowieso schon Stagiaire war, also, drei deutschsprachige Fahrer, die das Team verstärken, okay, wenn man da jetzt noch weiter in Richtung hätte, Grandtours gehen wollen würde, die Mannschaft noch weiter verstärken wollen würde, hm, hätte man vielleicht noch den einen oder anderen Bergfahrer gebrauchen können, weil auf der anderen Seite gehen ja auch einen Felix Großschadner und eine Wilko Keldermann, zwei sehr gute Bergfahrer und, äh, zudem noch Lukas Bösteberger, also, ja. Das war doch der Bergsteiger, ne? Du weißt nicht? Nee. Nein, äh, äh, Balzer. Ja, komplett, äh, der hat übrigens seinen Vertrag verlängert beim, äh, Team Bora ins Goe, Anton Balzer. Ja, dann kann er weiter seinen Rucksack schnüren. Äh, äh, ja, und ich finde, man ist da so, hat den Status Quo gehalten und, äh, ja, bin gespannt, wie man dann auch die, die starken Fahrer, die man nach wie vor hat, für drei Wochen Rundfahrten aufteilen wird. Also, ich würde fast meinen, man könnte Jay Hindley eher zur Tour de France schicken, weil die berglastiger ist, vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, was, was der Plan dahinter ist, also, ob man dann, äh, Hindley und Buchmann zur Tour de France dann schickt, ähm, ja, und wer dann in Giro fährt, wer bei der Vuelta ist, also, spannende Konstellation wieder. Ja, das, äh, stimmt alles so, kann ich, äh, unterschreibe ich gerne. Äh, äh, ich würde sagen, mehr an jetzt, äh, irgendwelchen großen, ja, dann gibt's noch die Liste der, der Fahrer, die jetzt, äh, aufgehört haben, finde ich auch noch ganz interessant, ne, also, kann man leider nicht nach dem Alter sortieren, das hätte ich sehr gerne, also. Nee, aber es sind schon, also, es ist auffällig in diesem Jahr, was für große Namen da aufgehört haben, also, Valverde, Nibali, Gilbert, Sonny Colbrelli, äh, übrigens, ja. Gilbert, äh, muss ein sehr, sehr interessantes, sehr nettes, sehr freundliches, sehr familiäres, schönes, äh, Abschiedsrennen gehabt haben, äh, wurde mir zugetragen von Menschen, die da waren, muss wohl so ein richtig schönes, äh, richtig schönes Event gewesen sein, so blöd es klingt, aber, äh, ja, Entschuldigung, wo ich das eingeschmissen hab an der Stelle. Nö, aber hab ich gar nicht so mitbekommen, tatsächlich. Nö, es muss auch recht klein gewesen sein, also ich telefonierte mit jemandem, äh, aus anderen Gründen, der gerade da vor der Bühne stand und da die Ansage kam, das war, ich so, was gehst du mir jetzt ans Telefon? Vielleicht war es, war es ja so wie bei Tom Bohnen, wo die da alle auf der Bühne getanzt sind. Nö, das, also, den Tanz hab ich nicht gesehen, ich hab, äh, aber, äh, aber es muss von seinem Ende gewesen sein, das, äh. Aber wenn man auch mal so guckt, also Niki Terpstra, was ich mich gefragt habe, tatsächlich, warum hört Juraj Sagan auf, hab ich noch nicht so die Hintergründe durchblicken können, weil sein Bruder, Peter Sagan, der ist ja noch, äh, bei Total Entities weiter im, äh, unter Vertrag und Juraj Sagan ist ja jetzt auch erst 33. Mhm. Hab ich persönlich auch noch keine Erklärung für, ich, ich, ich frag mich einfach dann in solchen Momenten, okay, wie lange macht's Peter Sagan dann noch? Also, ne, das, äh, warum tut er, also, übertrieben, warum tut er sich das noch an? Das ist jetzt, äh, klingt auch hart, ne, aber, äh, so, so, also gekommen ist da jetzt nicht mehr viel, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, mal immer noch in den Top Ten, bei einer WM beispielsweise, also, ich kann mir schon vorstellen, wenn Peter Sagan nochmal so richtig den Fokus wiederfindet, weil bei Peter Sagan ist halt viel drumherum, also ist da jetzt bei der EMTB-WM, meine ich, auch irgendwo gestartet und all solche Veranstaltungen viel für den Sponsor, aber wenn er sich halt mal wirklich wieder aufs Sportliche nochmal fokussieren würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass das, dass er nochmal so ein Monument auch gewinnen könnte, warum nicht? Ja, äh, würde mich für ihn freuen, aber andererseits, ne, also mit seinem Anspruch und mit dem, was er schon, es ist halt schwierig, wenn du, kann ich mir zumindest das vorstellen, es ist schwierig, wenn du mit so, so viele Jahre und so, auf so extrem hohem Niveau gefahren bist und dann einfach mal ein paar Jahre da nicht so viel kam, ne, das ist dann wieder das hin-zurückkommen, schwierig, ähm, ja, aber beim, also bei dieser Liste beim Durchblicken, Tom Dumoulin hat ja auch aufgehört, Richie Porte hat aufgehört, Matthias Brändle, Alex Dowsett, Michael Newe, Michael Newe, ja, stimmt, da sind schon einige, Alex Dowsett, hast du den schon erwähnt? Ja. Ich weiß nicht mehr, kann mir so viel interessieren. Ja, also, da sind, äh, da sind zwei, drei fantastische Teams, die da abgetreten sind dieses Jahr im Prinzip, ne, also. Bei manchen muss man aber auch sagen, das wurde jetzt mal zur Zeit, also, äh, zum Schluss hat man ja auch gesehen, bei, bei Nibali als auch bei Valverde, die waren zwar noch sehr gut, aber, äh, um jetzt die ganz, ganz großen Rennen noch zu gewinnen, wurde es dann auch schon eng hinten raus. Und den gleichen Satz, den du jetzt so gesagt hast, ne, den könntest du auch über Sagan sagen. Stimmt, aber der ist noch nicht in dem Alltag, wie die, also. Ja, eben, und dann noch mehr ein Grund vielleicht zu sagen, möchte ich so enden oder mache ich jetzt lieber, äh, dann vorher, äh, hat uns so viel Freude gemacht, ich würde ihm einfach gönnen, so viele Jahre dann auch einen schönen Ruhestand zu haben, so meine ich das ja auch, glaube ich, ähm, im, im positiven Sinne. Ja, da sind schon ein paar Kandidaten dabei, ne, also die, die 40 auch schon, äh, altersmäßig gerissen haben, aber, wenn ich noch immer nicht... Davide Rebellin hat übrigens auch aufgehört. Ich wollte, auf den wollte ich gerade hinaus, ich so, wo bin ich denn Davide Rebellin in der Liste, ähm, oder hat man all die Leute genommen, die noch nicht offiziell im Rentner-Status haben, ähm, Davide Rebellin hat aufgehört. Jetzt hat er endlich den Tank leer wahrscheinlich. Nun ja. War aber übrigens auch bei der Gravel-WM noch dabei. Ja, wer war denn da noch dabei? Da, da war doch, äh, ist hier nicht, äh, so um das Groteskeste, also das Allergroteskeste in der Sendung zu erwähnen, ist nicht sogar Alexander Wienukurov gefahren? Nee, oder? Nee, also das, äh, meine ich nicht. Also ich würde behaupten, also ich müsste mir jetzt nochmal, ähm, ähm, äh, na, das Ergebnis angucken, aber ich meine gelesen zu haben, äh, dass der zumindest am Start stand. Nee, sind das nicht seine Söhne gewesen? Ja, das hab ich auch gesagt, aber, äh, pass auf, das googeln wir jetzt nochmal live, das war, bevor ich hier solche Fake-News höre, in die Welt sitze, Alexander Wienukurov, Gravel-WM 22, das ist doch nur so. Hm, ah, Teammanager zurück, mhm, 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 ich finde jetzt hier nichts, äh, außer vor Gericht, das ist gerne mal, aber ich habe das irgendwo gelesen, dass der zumindest auf der Startliste stand. Bilder zu, Bilder zu, Bilder zu Alexander Wienukurov bei der Gravel-WM. Der Satz-On heißt auch Alexander Wienukurov übrigens. Ja, aber wenn der Sohn jetzt schon so alt aussieht, dann will ich gar nicht wissen. Na, äh, werden wir bis zum nächsten Mal nochmal, ich werde das nachreichen, ob das jetzt stimmt. Nikolas und, Nikolas und Alexander sind seine Söhne. Hm, ja, dann war er es vielleicht auch. Wäre auch zu lustig gewesen, aber da waren so einige, da habe ich auch einen Screenshot von der Liste gesehen, da muss ich nochmal nacharbeiten, muss ich nochmal nachgucken, ob ich den noch finde. Oder die Person, die mir das zugetragen hat, nochmal frage. Kann natürlich sein, dass es der Sohn war. Macht ja auch Sinn. Aber da waren nämlich noch so ein paar Kandidaten dabei, ähm, wo ich gesagt habe, wie, die, die sind da unterwegs. Naja, egal. Ähm, wir sind, wie sind wir jetzt da, wo sind wir abgebogen, dass wir da gelandet sind, ist die entscheidende Frage jetzt. Ja, die aufgehört haben, ja. Ach so, ja, genau. Davide Rebellin. Davide Rebellin, die ja, 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 jetzt weiß ich, wie da wieder reingekommen sind. Ja, also, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann für heute, ist es doch viel länger geworden, als ich dachte, äh, um ehrlich zu sein, ähm, machen wir den Deckel drauf. Wir melden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal vor Weihnachten. Irgendwie so vielleicht ein Fazit der Saison. Gucken, ob wir noch vielleicht den einen oder anderen Weihnachtstipp haben. Ich weiß nicht euch genau, aber freue mich, dass wir es erstmal wieder ins Mikrofon zurückgefunden haben und dann jetzt nach dieser kleinen Ruhepause den Verschnaufer wieder durchstarten. Wohlgemut und, äh, fröhlich. Äh, danke, dass ihr uns auch während der ganzen Zeit hier die, äh, wie heißt mal, die Stange gehalten, die Fahne gehalten, wie heißt das? Die Treue gehalten. Die Treue. Die Treue gehalten, ja. Ähm, wenn ihr noch, äh, hier, äh, also wenn ihr noch Geld habt, was ihr ausgeben wollt, für Weihnachtsgeschenke oder so, bei uns über der Seite gibt es noch immer, glaube ich, zumindest den Affiliate-Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr dann darüber auf Amazon geht und dort etwas bestellt, kriegen wir einen kleinen Teil ab. Darüber freuen wir uns natürlich, damit wir hier, äh, Zeugs bezahlen können, wie jetzt zum Beispiel Daphonic und so weiter. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Irgendwie werden wir ein paar Spender, die uns immer ein kleines bisschen in den Hut werfen, ähm, das hilft da sehr, dass wir das nicht aus eigener Tasche ja alles neben unserer Zeit bezahlen müssen. Und, ähm, ja, dafür danke, danke, danke. Und, ähm, ja, für Kommentare, Anmerkungen, äh, korrigiert uns. Das ist das Schönste, weil dann, äh, dann bleibt es nicht falsch stehen. Und, äh, ja, dir, Thomas, danke ich. Danke auch. Bald ist, äh, Vorweihnachtszeit. Da geht's wieder Glühwein trinken. Und, ähm, ja, vielleicht können wir uns dann auch Weihnachten wieder mal persönlich sehen. Gucken, wenn ich bei euch in der Stadt bin. Wenn ihr da seid, mal sehen. Vielleicht? Vielleicht. Das, mal gucken, was die Zukunft bringt. Habt, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.